Es gab Zeiten, wo ich 100 Stunden die Woche da gearbeitet habe und irgendwann hat mich einer von denen gefragt, möchtest du meine Managerin sein? Am liebsten habe ich einen und werde mit dem mega groß. Und hast sozusagen dein erstes Vermögen, was du gemacht hast, hast du verschenkt? Ja. Du musst als Manager das kleinste Ego der Welt haben. 90 Prozent der Manager sind gescheiterte Künstler. Ich kenne sehr viele Fälle, wo der Künstler nicht weiß, dass die Zahlen manipuliert sind. Wir haben in Deutschland Künstler, die sehr, sehr hohe Streaming-Zahlen haben und keine 300 Tickets verkaufen können. Ich bin Ben und das hier ist kein Jammerlappen-Podcast. Hier kommen nur Leute hin, die ihre echte Meinung sagen. Leute mit Ecken und Kanten, die nicht hinterm Berg halten und für das einstehen, was sie sagen und was sie glauben, was richtig ist. Viel Spaß. So, liebe Kim, herzlichen Dank, dass du da bist. Gerne, Ben. Hallo. So, was ich mit dir oder wo ich mit dir gerne darüber sprechen würde, ist tatsächlich primär, also das, was ich jetzt so von mir hätte, wäre deine Firma und das ganze Gedöns. Was darum, wie das alles so passiert ist. Hast du unsere Mitarbeiterfotos gesehen? Ich habe eure Mitarbeiterfotos gesehen, ja. Ist mir dabei was entgangen? Ich wollte nur fragen. Okay, ja, ich habe dich, Kim, ich habe dich gestern gegoogelt. Oh, nein. Aber tatsächlich gar nicht gegoogelt, sondern ich habe nur deine Artist Agency sozusagen gefunden. Hast du meinen Namen gegoogelt? Deinen Namen habe ich nicht gegoogelt, ne. Gott sei Dank. Was kommt denn da? Da gibt es einen Artikel bei der Rheinischen Post, den ich in einem Schulprojekt schreiben musste, als ich elf war. Oh krass, über was hast du geschrieben? Diebstahl. Das finde ich immer schrecklich, wenn ich google und der auftauche. Ich kann nichts tun. Du könntest Sachen höher pushen und so, dass das weiter runter geht? Ich könnte dem wahrscheinlich auch schreiben und sagen, könntet ihr das bitte runternehmen? Aber das ist schon ganz geil. Du hast über Diebstahl geschrieben. Ja. Erzähl, warum schreibt Kim über Diebstahl? Weil ich damals selbst viel geklaut habe, tatsächlich. Wirklich? Ja. Wie kam das? Ich weiß gar nicht, wie das kam. Das habe ich damals zusammen mit einer Freundin gemacht. Also ich denke mal, das hing damit zusammen. Ich habe eigentlich nie Taschengeld bekommen. Ich habe so zehn Euro im Monat bekommen. Das ist nicht sehr viel Geld. Moment, wann bist du geboren? 95. 95. Das heißt, da gab es auch schon den Euro. Das heißt, du hast nie so richtig D-Mark-Taschengeld bekommen? Nee, nee, nee. Als der Euro kam, ich hatte irgendwie so eine Spardose mit D-Mark. Und als der Euro kam, ist mein Papa zur Bank gegangen, habe meine ganzen Münzen mitgenommen und kam einem 20-Euro-Schein zurück. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Oh, wow. Weil das war ja dann auf einmal nur noch die Hälfte. Ja. Ja, und ich habe so zehn Euro Taschengeld im Monat bekommen. Ich hatte aber einen Handyvertrag für 9,95, den ich selbst bezahlt habe. Also blieb nichts mehr übrig. Und die 9,95, da waren ja noch keine Freiminuten und sowas wahrscheinlich drin, oder doch? No, das war ja schrecklich, wenn du auf den Internet knopfgekommen bist und sowas. Oh mein Gott. Weißt du das noch? Ich weiß das noch. Wenn man so Panik bekommen hat. Total, total, total. Das war so schlimm. Das war, kann man sich nicht mehr vorstellen, das war nicht am Handy auf dem Internet klopft, sondern bei mir war es halt auf das Modem zu Hause. Und da konnte man nur ins Internet und da konnte keiner telefonieren. Ja, mein Papa hat den ganzen Tag Morhun an dem Gemeinschaftscomputer gespielt. Okay. Moment. Moment, wir waren bei Kim als Jugendliche, bekommt 10 Euro Taschengeld und lebt über ihre Verhältnisse, sozusagen. Immer. Ja, ich weiß gar nicht, ob es wirklich war, weil ich irgendwie Klamotten haben wollte oder sonst was. Ich weiß nur, dass ich keine Möglichkeit hatte, was zu kaufen. Und ich war aber auf dem Gymnasium und tendenziell, also man sagt ja immer so, du merkst nicht, dass du irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen, dass ich arm war oder so, aber du merkst nicht, dass du nicht die Mittel hast, bis du es bei anderen siehst. Also, ne, du kommst da auf einmal auf die Schule und denkst so, alles normal, ich habe jetzt nichts, was mir fehlt. Und dann siehst du, die tragen alle Hollister und haben alle eine Spiegelreflexkamera, war das damals, haben die alle bekommen. Alle? Alle. Nintendo DS, alle, das war so, es war ganz normal. Hollister und Abercrombie und Fitch war das damals. Und das hattest du nicht? Nee, ich wusste nicht mal, was das ist, um ehrlich zu sein. Ja, und dann merkst du ja schon, okay, irgendwas, wieso haben die das alles und ich habe das nicht. Und damals hatte ich eine Freundin, die kam aus Amerika zu uns auf die Schule und wir haben uns angefreundet und irgendwann haben wir dann angefangen zu klauen, Klamotten. Das war damals noch so einfach, das darf man keinem erzählen, weil damals gab es nicht diese Magnete, die da dran sind, die piepen, sondern es gab nur ein Schild. Und du bist dann einfach in die Umkleide und hast das Schild abgerissen und das T-Shirt in die Tasche gepackt. Wie war das erste Mal? Ähm, sehr, sehr einfach tatsächlich. Deswegen, also. Aber hattest du nicht irgendwie eine moralische, irgendwie eine Fragestellung, sollte ich das tun? Also, dass ich von C&A und New Yorker klaue, das war jetzt moralisch für mich kein Problem. Da dachte ich mir, die Läden überleben das schon. Warum hast du von C&A und New Yorker geklaut und nicht von Abercrombie? Das gab es in unserer Stadt gar nicht. Wo kommst du her? Krefeld. Aus Krefeld. Und Hollister und Abercrombie, das war dann in Oberhausen oder so, das gab es bei uns gar nicht in der Stadt. Und dann hast du angefangen mit deiner amerikanischen Freundin bei C&A zu klauen? Und New Yorker, genau. H&M ging nicht, die hatten schon diese Metall, da läuft ja Tinte aus oder so, wenn du es abmachst oder keine Ahnung, was da passiert. Aber bei C&A und New Yorker gab es nur so Schilder, die du abreißen musstest. Und wir haben echt absurde Mengen geklaut, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind mit einer leeren Reisetasche da reingegangen und mit einer vollen Reisetasche raus. Wirklich? Wirklich. Und wir haben von Lederjacken, Unterwäsche, Schmuck, wir haben alles geklaut und ich dachte mir danach immer, das ist so absurd, dass das niemand merkt. Wir gehen mit 200 Sachen in die Umkleide und kommen dann so mit 10 raus. Und dann gehen wir einfach raus. Und zu Hause habe ich das dann in so eine Box gepackt, die Oma auf meinen Schrank gestellt und ich habe die Sachen aber schon getragen. Und ich verstehe bis heute nicht, also meine Mama hat mich nie darauf angesprochen, aber sie hat ja die Wäsche gewaschen. Deswegen weiß ich nicht, wo sie dachte, wo das herkommt oder was das ist, aber da wurde nicht drüber gesprochen und es war nie ein Problem irgendwie. Hast du, wie ist deine kriminelle Karriere dann verlaufen? Hast du weiter bei C&A geklaut oder die Reisetasche ist ja irgendwann, wenn du eine Reisetasche bei C&A bekommst, dann musst du ja irgendwie weitergehen. Nee, es ist nicht weitergegangen. Also das ging so ein halbes Jahr, wo wir sehr viel geklaut haben, aber irgendwann kommt es an den Punkt, wo du so alles mitnimmst und du bist dann zu Hause und merkst, du wolltest das alles gar nicht haben. So, du kannst damit auch nichts anfangen, es ist nicht mal deine Größe oder sonst was, du hast einfach alles im Rausch so mitgenommen und irgendwann war es dann so absurd, dass man gesagt hat, okay, das bringt mir nicht mal mehr, was ich will das gar nicht haben. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, das ging so ein halbes Jahr und dann war das vorbei. Und deine Freundin hat weitergeklaut? Ja, und die wurde auch erwischt dann irgendwann. Du bist nie erwischt worden? Nee. Das heißt, das ist hoffentlich alles verjahrt, das war alles vor zehn Jahren plus. Du hast aufgehört, weil der Reiz weggegangen ist. Aber du hattest ja immer noch das Problem, dass deine Mitschüler die coolen Klamotten und Spiegelreflexkameras hatten. Das wäre nicht gelöst. Ja, daran konnte ich aber nicht viel ändern. Das Clown hat daran auch nicht viel geändert irgendwie. Hattest du mal die Überlegung, gearbeitet zu gehen? Gute Frage, wenn. Nein. Nee, tatsächlich gar nicht. Ich hatte kein Interesse zu arbeiten. Bis ich 18 war. Also direkt nach meinem Abitur habe ich das erste Mal einen Job gemacht. Was war denn? Ich habe in einem Dekoladen gearbeitet. Einfach als Verkäuferin und Regale eingeräumt und sowas. Und ich weiß nicht, wieso ich vorher nie, ich habe so Babysitting gemacht und sowas. Aber ich habe jetzt nie richtig Interesse an einem Job gehabt. Lag aber, glaube ich, daran, dass ich auch nicht unbedingt so viel Geld brauchte, weil ich nichts gemacht habe. Ich bin ja nicht rausgegangen. Ich weiß nicht, wie gut du mich kennst, aber ich gehe ja nicht raus. Ich war nie auf Partys. Ich war ja noch nie in meinem Leben betrunken. Ich habe nichts unternommen. Du warst in deinem Leben noch nie betrunken? Nein. Ich hole mal eine Flasche Wein. Nein. Ich habe noch nichts verstanden, ehrlich gesagt. Du hast ein halbes Jahr intensiv geklaut. Und das war dann, muss ja irgendwie so projektmäßig gewesen sein. Und Reisetasche und wie viel können wir da ausschleppen? Und irgendwann ging es nicht mehr darum, ich will das Shirt haben, sondern nur … Wie hoch kann man die Absurdität treiben? Genau. Und was kann man alles klauen, ohne erwischt zu werden? Die Challenge, genau. Du hast dir eine Challenge gesucht und dann hast du gesagt, ja, ich lasse das mal sein und mache dann nichts mehr. Ja, weil das Klauen war wirklich, irgendwann hat es keinen Sinn mehr gemacht. Du saßt zu Hause und dachtest so, ich habe jetzt wirklich so 30 Teile geklaut von einer 200-Euro-Lederjacke bis das. Und irgendwie die Challenge war dann so abgehakt, weißt du? Und mit den Klamotten konnte ich eh irgendwie nichts anfangen. Weil du gar nicht so beim Klauen die Zeit hast, richtig zu überlegen, ah, das gefällt mir, das nicht. Du probierst es ja auch nicht an oder so, sondern du nimmst es ja einfach mit. Warum probierst du es nicht an? Du bist ja in der Umkleide. Das kannst du nicht in dem Moment. Da hast du ganz andere Dinge im Kopf. Du musst irgendwie denken, hm, wie kann ich unauffällig rein und unauffällig raus? Und wie viel bringe ich jetzt wieder mit raus? Und du bist ja mit ganz anderen Gedanken beschäftigt. Kannst dich nicht davon spiegelstellen, das anprobieren und gucken, hm, finde ich das schön? Krass, ich habe tatsächlich noch nie was geklaut, deswegen weiß ich das einfach nicht. Ach so, ja, okay. Ich bin ja ganz langweilig. Ich glaube, ich war da so 13, 14, 15, vielleicht so ein bisschen jünger. Ja, 12, 13, 14, so. Was hast du mit deinem Wunsch nach Abercrombie gemacht und nach coolen Marken? Mein allererster Freund war dann in Amerika. Ich weiß gar nicht mehr, wieso der da war. Ich glaube, er hat da Freunde besucht, die er bei einem Austauschjahr gemacht hat. Und der hat mir dann Hollister-Shirt zurückgebracht. Aber das war da, wie alt warst du da? Ja, da war ich 16. Okay. Ja. Also ein bisschen später wurde der Wunsch erfüllt. Und dann hattest du die coolen Marken und bist aber trotzdem nicht rausgegangen, sondern hast zu Hause gesessen und gewartet, dass die Zeit vorbeigeht. Ja. Das beschreibt die Schulzeit sehr gut, Ben. Was hast du da gemacht? Zu Hause? Ja. World of Warcraft gespielt. WoW. Ja, sehr intensiv. Wie weit bis zu was zum Level? Du hast noch nie WoW gespielt, wie ich höre. Weil das Spiel geht erst los, wenn du auf dem maximalen Level bist. Okay. Das heißt, das Hochleveln ist nur so eine nervige Sache, die man einmal machen muss und danach geht das Spiel erst los. Und nee, also ich habe das gespielt, habe damals schon so ein bisschen entdeckt, dass ich so, ich habe direkt eine Gilde gegründet. Ich weiß nicht, ob dir was sagt. Sag doch was. Ob du dir das aus dem Kontext vorstellen kannst, was das ist. Ich war auch Gildenleiterin und habe dann auch Mitglieder rekrutiert. Wir waren dann auch die beste Gilde auf dem Server und haben auch von verschiedenen Bossen den Server First Kill gehabt. Was ist ein Server First Kill? Dass du auf dem Server, den du spielst, es gibt so viele World of Warcraft Spieler, dass du das auf verschiedene Server technisch aufteilen musst, sonst bricht es zusammen. Und auf dem Server, wo wir waren, ich kann jetzt nicht sagen, wie viele andere Menschen da sind, aber mehrere Zehntausende, Hunderttausende, keine Ahnung, waren wir, die Ersten, die diesen Boss besiegt haben. Also das ist schon ein Achievement und du kriegst da auch so einen besonderen Titel dafür, den die anderen nicht mehr bekommen können. Das heißt, du bist aus deiner Cloud Challenge in die WoW Challenge gedriftet, wenn man so will. Ja. Also Computergibli und ich sage mal, die virtuelle Welt, die dich da angezogen hat. Machst du das heute immer noch? Nee, nicht mehr. Das ist irgendwann, das kann dir, glaube ich, jeder bestätigen, der auch vor allem WoW spielt. Irgendwann ist es einfach vorbei. Du weißt auch nicht, es ist so schade, dass man den Tag da nicht weiß, okay, ab heute ist es vorbei. Aber das war wahrscheinlich echt so die schönste Zeit in meinem Leben tatsächlich. Aber irgendwann hört das auf. Du wirst irgendwann erwachsen und dann ist es vorbei. Das war die schönste Zeit deines Lebens, wo du erfolgreich WoW gespielt hast. Ja, total. Du strahlst. Das war wirklich. Als würdest du von so einem Mauritius-Urlaub sprechen und dann ist die Sonne aufgegangen. Warum war das die schönste Zeit deines Lebens? Ich glaube, für mich persönlich, weil das die perfekte Mischung war, ich musste keine Leute treffen. Ich treffe nicht so gerne Leute. Ich gehe nicht gerne raus. Aber ich konnte trotzdem mit Leuten kommunizieren und habe Freundschaften gefunden und konnte Verbindungen knüpfen, aber ohne aus meiner Komfortzone raus zu müssen. Und alle hatten ja dasselbe Hobby. Das war ja super. Und dann kam so noch ein Teamgefühl dazu. Du willst was gemeinsam erreichen. Und dann konnte ich noch so meine Stärken einbringen. Sachen organisieren, planen, Strategie. Und das war alles so. Ich habe mich total wohl gefühlt. Das war echt das beste Szenario, was hätte sein können. Ich muss keinen Menschen in Wirklichkeit treffen. Ich kann aber den ganzen Tag kommunizieren, wenn ich möchte. Wenn ich nicht möchte, dann nicht. Und ich kann meine Stärken einbringen. Das war super. Was ist so schlimm daran, Menschen zu treffen? Das weiß ich gar nicht, aber das mache ich nicht gerne. Was passiert dann mit dir? Was ist heute passiert, bevor du hingekommen bist? Naja, dich zu treffen ist nicht so schlimm, weil dich kenne ich ja schon. Dankeschön. Aber zum Beispiel der erste Gruppenkurs im Milk and Honey war eine Katastrophe für mich. Warum? Also Jonas musste mich auch sehr lange überreden, weil das einfach, der Moment durch diese Tür zu gehen, ist das Schlimme. Und wenn du dann drin bist, geht es? Ja, es wird dann besser, aber der Moment, da hinzufahren und da durchzugehen, das ist echt sehr, sehr, sehr schwierig für mich, weil einfach, ich weiß nicht, ich habe auch gar nicht so ein Interesse mit anderen Menschen, mich so zu verbinden. Also ganz oft, ich merke das auch, dass ich auch voll oft Menschen nicht so angucke oder ich bin in so einer sozialen Situation und jemand sagt dann danach, wie findest du, dass der aussieht oder sagt irgendwas für eine Person und ich habe die Person gar nicht registriert oder richtig angeschaut oder sonst was. Ja, und das ist einfach, ich habe nicht so wirklich Lust, mit den Menschen zu interagieren, weil das ja auch nicht die Menschen sind, die ich, ich weiß ja nicht, also ich habe sie mir auch nicht ausgesucht. Ich werde ja da in eine Situation geworfen von verschiedenen Menschen, die ich mir jetzt nicht ausgesucht habe aufgrund von Tatsachen, sondern das sind ganz zufällige Personen. Und ich weiß nicht, da ist einfach zu viel, wahrscheinlich ungewiss und zu viel unbestimmt von mir, dass ich da gar keine Lust drauf habe. Gar keine Lust und Angst sind ja irgendwie zwei verschiedene Paar Schuhe. Hast du da Angst vor oder bist du einfach so, hey, kein Bock? Da ist schon eine Komponente von Angst dabei, aber ist auch schon eine sehr große Komponente von, ich habe einfach gar kein Interesse zu socialisen. Also auch, wenn wir irgendwie auf Veranstaltungen sind oder unterwegs sind und alle Freunde gehen danach auf die Aftershow-Party, also ich bleibe immer im Hotel. Das ist so klar, dass ich da bleibe oder dass ich früher gehe, weil ich habe einfach gar keinen, das ist für mich nicht interessant so. Ich will lieber WoW spielen. Ich wollte gerade sagen, wenn du dann ins Hotel gehst, was passiert denn im Hotel? Also eigentlich ruhe ich mich nur aus. Ja, also. Es gibt keine, keine TikTok-Droge oder WoW-Droge. Nee, das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwas intensiv mache oder ich sage, ich muss jetzt zurück ins Hotel, weil ich muss YouTube gucken oder sonst was. Das macht man dann natürlich im Rahmen des Entspannens. Irgendwas muss man ja machen so. Aber eigentlich ruhe ich mich dann einfach nur aus und bin mit mir selbst so. Also das hältst du aus, sozusagen Stille? Ich bin total gerne, ich bin am liebsten alleine. Aber alleine in Stille oder alleine mit Beschallung? Nee, ich denke auch oft nach. Das ist so eine Aktivität von mir, Nachdenken. Also ich lege mich wirklich so ins Bett und ich denke so, ich denke jetzt mal nach. Und über was denkst du nach? Ja, aber alles Mögliche, alles, was passiert ist, was noch ansteht, wie ich mich zu bestimmten Dingen fühle. Das ist wirklich so eine Aktivität von mir, das Nachdenken. Kim, du bist krass. Wer denkt heutzutage schon noch nach? Also ich finde es ganz anstrengend. Ich probiere gerade bei Social Media Detox auszuhalten, mich auf die Couch zu legen und nichts zu hören. Also ich höre halt dann Podcasts oder gucke irgendwelche YouTube-Videos und ich gucke um 22 Uhr auf die Uhr. Das nächste Mal um 22 Uhr zwei Minuten sind vorbei. Aber wieso denkst du nicht einfach nach über Dinge? Das mache ich dann im Bett, wenn ich versuche einzuschlafen. Ich weiß nicht, ob das so war. Dann geht es schon. Dann geht es gut. Aber dann ist auch der Bullshit-Handy ein krasser. Aber anyhow, wir waren bei dir und deiner WoW-Jugend. Dann hast du die Abercrombie-Sachen bekommen, aber die hast du nicht benutzt, um auf der Party cool zu sein, weil du bist ja gar nicht auf die Party gegangen. Nee, ehrlich gesagt haben die mir noch nicht so wirklich gepasst. Ich war ja schon immer 1,83 groß. Also das heißt immer, ich bin nicht so auf die Welt gekommen, aber ab der 6. Klasse, 5. Klasse war ich schon so groß und hatte auch schon einen Körper, der nicht in diese Schnitte passt. Abercrombie und Hollister sind ja bekannt dafür, dass sie extra, ich glaube der Founder von Abercrombie hat auch mal in einem Interview gesagt, dass er nicht möchte, dass er nur möchte, dass dünne Menschen seine Klamotten tragen. Und dementsprechend hat das auch gar nicht so wirklich gepasst, aber es war schön, das zu haben. Okay. Und dann ist irgendwann, hattest du Abitur und hast dich gefragt, was mache ich mit meinem Leben? Ja, ich hatte nicht so gutes Abitur. Ich glaube, das war 3,7. Warum? Ich war nicht so viel da. Also ich war wirklich, glaube ich, eine Fehlstunde entfernt von mehr nicht da sein als da sein. Was hast du gemacht, als du geschwänzt hast? Ich war zu Hause. Bist einfach nicht in die Schule, gell? Nee. Ich habe nicht geschwänzt, ich lag zu Hause im Bett, habe nachgedacht. Oder WoW gespielt, ja. Warum hast du das gemacht? Ja, ich glaube, das ist so eine Dynamik. Warst du viel in der Schule? Oder hattest du mal viele Fehlzeiten? Nee, ich habe immer alles gemacht, was ich musste. Oh mein Gott. Ultrakonform. Aber jeder, der das kennt, dass Emma länger fehlt, das ist dann so eine Dynamik, die sich entwickelt. Weil wenn du jetzt wirklich mal zwei Wochen krank bist oder so und danach gehst du wieder hin und du bist wieder eine Woche krank, danach darfst du dir nur noch Kommentare anhören. Ach, schön, dass du auch wieder da bist. Bist du auch mal wiedergekommen? Und wenn du die Kommentare hörst, hast du ja noch weniger Bock zu kommen, weil das immer so, du denkst dir so, was interessiert euch das, ob ich da bin oder nicht? Das beeinflusst doch gar nicht euer Leben, das ist doch meine Sache. Und wenn diese Kommentare dann kommen, hast du am nächsten Tag, sagst du dir auch wieder, ich habe echt keinen Bock, wieder da hinzugehen und wieder diese Kommentare zu bekommen. Dann gehst du wieder nicht hin und dann ist das halt so eine Dynamik, die sich entwickelt und du versuchst einfach, die maximale Zeit zu Hause zu bleiben, weil du keine Lust hast, mit diesen Menschen zu interagieren. Verstehe ich. Das heißt, das Schwänzen führt zu mehr Schwänzen? Auf jeden Fall. Krass. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, ja. Also ich weiß nicht, das hat bestimmt auch damit zu tun, dass ich nicht so Social Interaktion so gerne mag und mir diese Interaktion sehr unangenehm war immer. Vielleicht Leute, die da, vielleicht andere Leute, die sagen irgendwas Schlagfertiges zurück und die stört das nicht. Aber mir war das, die Leute sind dann auf mich zugekommen und haben kommentiert, dass ich nicht da war. Und dann dachte ich, oh Gott, die Leute sprechen mich jetzt schon von sich aus an, ich gehe da nicht mehr hin. Das heißt, du wolltest eigentlich, dass dich niemand sieht. Immer. Ich wäre am liebsten unsichtbar an dieser Welt. Du wärst am liebsten unsichtbar. Ja. Dann würde dich niemand ansprechen, aber du könntest überall sein. Genau. Wärst du gerne unsichtbar dann auf der Party, um mitzubekommen, was passiert? Ja, ja, ich liebe es, Menschen zu beobachten. Also einfach mich hinzusetzen und zu beobachten. Aber das geht in Realität nicht, wenn du auf einer Party bist. Dich lässt ja keiner in Ruhe. Also eine gewisse Zeit, aber irgendwann wird es dann auch komisch und dann kommen alle zu dir, geht es dir gut, bist du traurig, brauchst du was? Und du so, nein, ich will einfach nur hier sitzen. Diese schrecklichen Menschen, die sich versuchen, um mich zu kümmern. Furchtbar. Das heißt, du möchtest eigentlich gern unsichtbar sein und diese ganzen Social Sachen mitmachen, weil eigentlich interessieren dich Menschen. Aber du hast keinen Bock, dich da hinzubringen, sozusagen. Ja, ich habe keine Lust, dass die immer auf mich zugreifen, wenn ich das gar nicht möchte. Und das kannst du aber nicht in Interaktion. Du kannst das nicht, kannst ja nicht kontrollieren. Das heißt, du wärst ein richtig guter Security Officer mit Kameraüberwachung, der sich einfach Leute auf der Party anguckt. Richtig gerne, ja. Ich glaube, das ist aber auch so ein Ding in der deutschen Kultur, sich in ein Café zu setzen und Leute zu beobachten, oder? Also meine ganze Familie hat das auch mal gemacht. Die wollten sich immer in Cafés nach draußen setzen. Um die Menschen zu beobachten. Was beobachtet man da? Wie die vorbeilaufen, was die anhaben, wer da vorbeiläuft, was die machen. Warum ist das wichtig? Das ist nicht wichtig, das glaube ich interessant. Wirklich? Ja. Ja, klar. Mir ist das von ganzem Herzen egal, welche Leute vorbeigehen, was die anhaben. Echt? Nee, ich gucke mir das gerne an. Wer ist hier eigentlich in dieser Stadt? Was haben die eigentlich an? Manchmal, ich unterteile das auch so in Kategorien, dann gucke ich nur, was haben die alle für Schuhe an. Auch total interessant. Was die Menschen heutzutage für Schuhe anhaben, vor allem so verschiedene Altersklassen und so. Ja. Oder was für Taschen haben die? Haben die hauptsächlich Rucksäcke oder Umhänge-Taschen? Das ist voll interessant, weil das ändert sich auch so voll mit den Jahren und was gerade irgendwie in der Popkultur passiert oder so. Auf einmal haben die alle andere Schuhe an. Das heißt, du beobachtest gerne und viel. Ja. Das merke ich gerade auch, wenn ich das hier alles erzähle. Du wärst auch eine gute Detektivin. Ja. Potenzial. Das ist ja auch ein richtig guter Beruf. Du müsstest dich verstecken und Leute überwachen. Das kann ich auch gut, glaube ich. Ja. Ja. Warum machst du das nicht? Detektivin sein? Hm. Das ist dann, glaube ich, doch mit zu viel, man soll ja Detektivin sein, weil irgendein Missstand vorliegt und man irgendwas aufdecken soll. Das ist mir dann, glaube ich, ein bisschen zu heikel. Das heißt, du möchtest entspannt sozusagen die Leute beobachten und dein idealer Tag wäre so 50 Prozent Menschen beobachten, 50 Prozent darüber nachdenken, was du gesehen hast. Ja. Interessant. Ja. Also Menschen, ne? Menschen sind halt so verschiedene. Ja, ich mache sehr oft nichts halt. Du machst sehr oft nichts. Aber das ist ja nicht richtig, weil du beobachtest ja nichts. Aber wenn du mich jetzt sehen würdest, wie ich zu Hause bin, würdest du denken, das macht einfach gar nichts. Okay. Aber dann hast du dieses 3,X Abitur gehabt. Ach so, ja. Und da waren wir sozusagen, wie ist es dann weitergegangen für dich? Ja, also ich wusste eigentlich schon sehr früh, was ich machen möchte. Also ich wusste nicht, wie man das nennt. Aber ich wusste so, oh, ich will irgendwas organisieren. Und ich will, ich hatte immer so das Bild, dass ich irgendwie so PowerPoints erstelle und das so Menschen vorstellen muss, um die von irgendwas zu überzeugen. So das Bild hatte ich so ein bisschen im Kopf. Ich wusste nicht, wie das heißt oder was das für ein Job ist. Aber das war mir schon relativ schnell klar. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, ich gehe nicht oft in die Schule. Ich bin eigentlich sehr gut in der Schule, aber das wird kein gutes Abitur, weil wenn du halt fehlst, du kannst gar keine gute mündliche Note zum Beispiel bekommen, weil du bist halt einfach nicht da, so. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir jetzt was überlegen und habe da mal so recherchiert. Und dann gibt es ja private Unis und die nehmen dich ja egal mit welchem NC auf. Und dann habe ich da einen Studiengang gefunden, der mir sehr zugesagt hat, weil er sehr breit gefächert war, Medien- und Kommunikationsmanagement. Und da hast du dann, sage ich mal, ein Modul PR, ein Modul BWL, ein Modul Personalführung, ein Modul Buchhaltung. Und das fand ich total interessant. Ich dachte mir, hm, das würde mir helfen bei meinen Skills, organisieren und dann alles mal so reinschnuppern. Und da war der NC egal und dann, ab da war mir dann auch die Schule egal, weil ich wusste, das ist jetzt eh egal, ich muss einfach nur das Abitur bestehen. Aber das hast du schon in deiner Schulzeit recherchiert. Du hast aber zehn Euro Taschengeld bekommen, was ja nicht viel ist. Und dann hast du gesagt, Mama und Papa, hier übrigens Privatuni. Nee, nee, Mama und Papa brauchte ich da nicht ansprechen. Ich bin fast Vollzeit arbeiten gegangen neben der Uni. Das war diese Deko-Geschichte? Das heißt, du hast im Dekoladen gearbeitet? 35 Stunden. Wow. Ja. Aber da hattest du doch an der Uni irgendwie eine Präsenzpflicht oder nicht? Nee. Gott sei Dank nicht mehr. Wo hast du studiert? Da ging das auch wieder los mit, wieso bist du nicht da? Und ich denke mir, Leute, ich arbeite Vollzeit nicht mal. Ja, aber es gab keine Präsenzpflicht. Dadurch, dass es eine private Uni war, waren es aber sehr kleine Gruppen, also Klassen, so 30 Leute. Und du hattest wirklich, ich weiß nicht, wie es an öffentlichen Unis ist, weil ich nie da war, aber da hattest du wirklich einen Stundenplan wie in der Schule. Bist morgens hingegangen um neun Uhr, hattest dann fünf Fächer und bist nach Hause gegangen. Also es war sehr wie eine Schule strukturiert. Und da bin ich natürlich wieder auf ähnliche Probleme gestoßen, dass die Leute dann, wo bist du? Teilweise haben die Dozenten mich erst zur Klausur gesehen, aber at this point war ich schon so ein bisschen auch älter, dass mir auch komplett egal war. Und ich dachte mir, es ist doch jetzt egal, ob der Dozent mich sieht oder nicht, ob der mich kennt oder nicht, muss die Klausur schreiben und die Note mitnehmen und das war's. Und die Menschen haben natürlich mehr akzeptiert, wenn sie wussten, dass ich Vollzeit arbeite. Also wenn das die Response war und nicht, ich spiele zu Hause WoW, dann war das natürlich nicht so schlimm. Wie hast du dann den Content quasi gelernt, der in der Klausur abgefragt worden ist? Du hast nach jedem, ich glaube es bei öffentlichen Unis auch so, du kriegst das danach per PDF zugesandt. Also du kannst auf das Kursmaterial, ja, also ich hab's überflogen, aber ich muss sagen, diese ganzen Module waren sehr, vor allem weil das mir auch lag in meinem Skillset, sehr selbsterklärend. Also wenn mir jemand Fragen zu Marketing stellt, das muss ich nicht vorher studieren, das macht halt irgendwie Sinn. Weißt du, was ich meine? Total, ja. Oder also das war nicht so kompliziert, weil das war nicht jetzt in Mathe irgendwie X-Theorie bla bla bla, sondern es war wirklich so, wie macht man irgendwie das beste Marketing oder was kann man im Lokalmarketing machen und dann, dafür muss ich nicht das Material eigentlich lesen. Das war oft sehr selbsterklärend. Also wir hatten dann auch Wirtschaftsmathematik und da musste ich schon lernen, aber die anderen Fächer, das war, das konntest du so mit gutem Menschenverstand eigentlich lösen. Aber deine Mitschüler oder deine Kommilitonen, die sind tatsächlich da hingegangen und haben das mitgeschrieben und haben gesagt, das sind die drei Marketing. Die haben es richtig ernst genommen auch. Ja, das war dann noch mehr, zu der Zeit gab es dann nicht mehr Hollister und Abercrombie, aber ich war natürlich in einem Kurs, wo sehr viel deutlich privilegiertere Mitkommitonen waren und die haben das sehr ernst genommen. Die sind jeden Tag da hingegangen, aber die konnten das auch. Einige von denen haben auch nebenbei gearbeitet, aber ich glaube, da waren so ein paar, die auch arbeiten mussten wie ich, aber die Studienfee war sehr hoch. Das waren 800 Euro im Monat und meine Oma hat mir 100 Euro dazugegeben und den Rest musste ich halt selbst verdienen. Und dementsprechend hatte ich halt viel zu tun. Die anderen waren sehr viel da und haben das sehr ernst genommen und haben das, glaube ich, auch nicht verstanden, wieso ich das nicht so ernst genommen habe. Aber ich habe es dann auch irgendwann abgebrochen. Okay, das hast du nicht fertig gemacht? Nee. Ich glaube, es waren fünf Semester zum Bachelor oder sechs und ich habe das vierte fertig gemacht und dann abgebrochen. Was hast du dann gemacht? Ich habe, es gab irgendwann einen Moment, ich habe in diesem Dekoladen, glaube ich, anderthalb Jahre gearbeitet und ich habe, glaube ich, so 1000 Euro im Monat verdient. Das heißt, ich konnte auch ein bisschen immer auf die Seite legen, weil es waren nur 800, die ich zahlen musste. Und dann war ich irgendwann an einem Punkt. Du hast zu Hause gewohnt dann? Ja, ja, ich habe zu Hause gewohnt. Ja, da habe ich noch zu Hause gewohnt, aber dann bin ich auch ausgezogen und ich habe meinen Job gewechselt, weil, aber in Krefeld, die Mieten, ich habe kalt 210 Euro bezahlt. Wow. Und ich hatte damals noch einen Partner und da hat man sich das geteilt und dann war das ja gar nichts so. Also ausziehen konnte man, auch mit wenig Geld. Aber irgendwann kam… Für 105 Euro Miete, das ist total verrückt, ne? Heute ist Stromteurer. Und das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Riesen-Küche, also voll gut. Irgendwann kam halt der Punkt, wo ich dachte, okay, macht hier auch so Spaß, die Sachen einzuräumen und den Laden auf den Kopf zu stellen, alle Regale neu zu sortieren und keine Ahnung was. Aber ich habe es jetzt auch irgendwie hier durchgespielt. So, ich habe jetzt jedes Regal neu sortiert. Alles macht jetzt hier in dem Laden Sinn und ist logisch. Und ich dachte mir, jetzt wäre nice, dass ich mal irgendwas mache, was mir auch was bringt für meinen späteren Weg. Und habe mich dann bei PR und Marketing-Agenturen so beworben, Initiativ. Und wurde dann auch bei einer angenommen. Aber das war dann 450 Euro Job. Aber in dem Moment war mir das egal, weil das war mir einfach wichtiger, in dieser Agentur zu arbeiten. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt, du konntest durch das, hast du dann noch studiert, als du den Job angenommen hast? Okay. Dann konntest du aber deine Lebenszahlungskosten ja nicht mehr decken, weil das waren 800 Euro. Aber ich hatte ein bisschen gespart. Okay. Ich hatte ein bisschen gespart, weil ich ja mehr gearbeitet habe. Ich habe auch doppelte Gehälter bekommen. Ich habe auch viele Überstunden gemacht. Also ich hatte schon einiges an Geld angespart, dass ich das eine Zeit ausgleichen konnte. Und ich hatte natürlich gehofft, dass ich in der Agentur irgendwie auch Teilzeit dann arbeiten kann oder so. Aber das ist alles aufgegangen, Gott sei Dank. Ja, es hat geklappt. Aber dann habe ich wirklich ab Woche eins in der Agentur so viel gearbeitet. Ich weiß nicht, ob du das Agenturen-Business kennst. Von außen, ja. Von innen nicht. Es scheint, als wäre das eine sehr lebensfüllende Profession. Ja, also es gab Zeiten, wo ich 100 Stunden die Woche da gearbeitet habe. Und das war wirklich, ich bin um 8 Uhr hin und um 4 Uhr morgens oder so zurück. Da kannst du nicht mal Wäsche waschen oder so. Das ist eine Katastrophe. Aber ich habe sehr schnell sehr viel dort gearbeitet, auch für 450 Euro. Ich glaube, es ist heute gar nicht mehr legal. Das kannst du gar nicht so machen. Und habe sehr, sehr viel gelernt und war dann irgendwann an einem Punkt, wo in der Uni, was in der Uni besprochen wurde oder was in der Uni erklärt wurde, dachte ich mir schon, hey, ich habe das schon jetzt zehnmal gemacht. Und habe dann gemerkt, da ist so eine große Diskrepanz. Die Fragen in der Uni, ja, wir erklären euch heute, was ein Pitch ist. Und ich habe aber schon zehn Pitches gemacht an der Agentur und dann dachte ich, das macht ja keinen Sinn mehr. Ich zahle dafür auch nicht 800 Euro, dass er mir irgendwas erzählt, was ich schon seit einem halben Jahr mache. Und war dann an dem Punkt in der Agentur auch schon, wurde mir angeboten, dass ich das Volontariat überspringe. Also das ist quasi das Äquivalent zur Ausbildung in der Agenturenbranche und als Juniorberaterin, Junior-PR-Beraterin direkt anfange. Und dann dachte ich mir, gut, das ist der Job, den ich nach dem Studium eigentlich gemacht hätte. Dann höre ich doch jetzt auf. Ja, macht total Sinn. Ja, genau. Das heißt, du bist dann als Junior-PR-Beraterin eingestiegen mit einem abgebrochenen Studium und hast dann 100 Stunden die Woche gekloppt und hast verstanden, wie PR und Marketing geht. Ja, also ich habe davor, schon bevor ich Juniorberaterin war, habe ich sehr, also das waren die 100-Stunden-Phasen, aber ich habe sehr gute Arbeit geleistet und auch sehr viele Kunden akquiriert und sehr viel in der Agentur auch einfach verändert und habe super viel gelernt auch einfach. Also viele Kontakte auch geknüpft und einfach auch viel gelernt über so Personalmanagement und wie immer die anderen Mitarbeiter beobachtet und Dynamik zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeiter und was wollen Mitarbeiter eigentlich? Was ist hier das Problem? Und weil Agenturen, das ist ja, du hast da so eine hohe Rate von Menschen, die kündigen und neu reinkommen und ich war, glaube ich, zweieinhalb Jahre bei der Agentur und das ist sehr lange in der Agenturbranche, in derselben Agentur und ich habe sehr viel beobachtet. Das muss ja für dich ultra anstrengend gewesen sein, nicht unbedingt von der Workload auch, aber da sind ja ständig Menschen, im Pitch zu gehen. Und da sind Menschen, die über dich urteilen, dann stehst du da vorne. Es könnte für Kim vermutlich nichts Schlimmeres geben, als auf dieser Bühne zu stehen und all eyes on you. Ja, aber, also das war schon anstrengend. Ich weiß nicht, ich hatte einen Pitch, also die haben mich auch, ey, das ist rückblickend so komisch. Ich war damals 18, 19 und die haben mich ja reingesendet, bei BMW zu pitchen für das Jahresetat, so. Und ich stand da so drin und ich dachte mir so, ich bin so, ich bin ein Kind und die schicken mich jetzt hier hin oder bei Nvidia, den Computerteilgrafikkarten, dies und das. Und ich wurde wirklich in so Pitches als die Personen reingesendet, also es waren immer dann mindestens zwei Leute, die die Präsentation gehalten haben, aber ich wurde auch immer so als Spitzenkandidatin reingesendet und musste dann so 40, 45-jährigen Männern in Anzügen präsentieren, was ich für Ideen habe im Marketing und im PR. Aber dadurch, dass ich halt so jung war, hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen andere Ansätze und ich war sehr tief in der Gaming-Branche drin, in Livestreaming, in E-Sports, in der YouTube-Szene und hatte halt sehr viele Ideen, die die anderen da halt nicht hatten, weil sie einfach nicht in diesen Kreisen so verkehrt haben. Wenn du sagst, du warst da tief drin, was meinst du damit? Mein damaliger Freund war professioneller Computerspieler, also der war in der E-Sport-Szene seit Tag 1 und wir waren, ich glaube, fünf Jahre. zusammen und ich habe da die komplette, den Wachstum der E-Sport-Szene mitbekommen. Also ich saß auf dem ersten Event, wo 100 Leute waren und heutzutage füllt das ja Stadien. Und wenn du so früh dabei bist, lernst du natürlich auch die ganzen Leute kennen, die dahinter sitzen. Irgendwann haben wir auch tatsächlich einen Pitch for Riot Games gemacht, das sind die, die League of Legends, ich weiß nicht, ob dir das Spiel was sagt. Und die habe ich von Tag 1 miterlebt und kennengelernt. Und dementsprechend war es für mich auch einfacher, auch für Nvidia, die ja auch, ist ja auch komplett Gaming. oder wir hatten irgendwann als Kunden Twitch, die Livestreaming-Plattform. Und für mich waren die Needs und was man machen kann natürlich viel klarer als für alle anderen Leute in der Agentur, weil ich halt einfach dabei war und das alles die ganze Zeit beobachtet habe. Wann kam dann für dich der Punkt, wo du gesagt hast, sollte ich das Agenturgeschäft angestellt weitermachen oder rausgehen? Der Punkt kam eigentlich gar nicht, ich habe gar nicht darüber nachgedacht, weil ich bin 19, 20. Ich hatte auch noch wirklich Energie, das Jahre zu machen, obwohl das einen schon sehr kaputt macht. Aber ich hatte echt noch Energie, das weiterzumachen. Aber damals habe ich auch in der Agentur Influencer-Events oder YouTuber-Events organisiert. Die haben gesagt, okay, mach das mal, hier hast du ein paar hunderttausend Euro, mach mal für den Kunden ein Event. YouTuber eingeladen, habe das Event gemacht. Und danach bin ich mit den YouTubern in Kontakt geblieben, beziehungsweise die mit mir. Ich bleibe selten mit Menschen in Kontakt, aber die mit mir. Und haben mich dann um einen Gefallen gebeten. Kannst du mir, das kannst du mir. Wir hatten Canon als Kunden, kannst du mir die Kamera besorgen? Wir hatten BMW als Kunden, kannst du mir ein Auto besorgen? Blablabla. Ich habe denen dann immer so ein bisschen geholfen. Und irgendwann hat mich einer von denen gefragt, möchtest du meine Managerin sein? Er hat mir einfach bei Skype geschrieben. Und dann habe ich darüber nachgedacht. Und ich so, ja, wieso nicht? Was habe ich zu verlieren? Hatte die Person da schon Management oder war das ein neues Ding? Nee, das war ein neues Ding. Kann man sagen, wer das ist? Revy. Revy Akers war dein erster Kunde und hat gesagt, manage mich. Ja. Und der, warum hat er das gesagt? Weil, ich glaube, weil er damals an einem Punkt war, wo er langsam Hilfe brauchte und halt gemerkt hat, dass… Wie groß war er damals? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele YouTube-Abonnenten er hatte, aber es war auf so einem Level, ich glaube, er hatte so 60.000, 100.000 YouTube-Klicks. Und es war aber auf einem Level, wo halt Marken auf ihn zugekommen sind und ihm halt Verträge gesendet haben. Und da hat er mich dann auch öfter gefragt, kannst du mal über den Vertrag drüber schauen? Und so ein Punkt war das halt langsam, wo das Business einfach losging. Ja. Wie lange ist das Jahr? Sechs, sieben Jahre. Sechs, sieben Jahre. Das heißt, das war dein erster Kunde, Klient, wie sagt man, Mandant? Ja, Kunde. Und da hast du gesagt, okay, ich manage dich. Warst du dann noch parallel in der Agentur oder bist du dann daraus? Ich habe dann die Nachricht bekommen, dass meinem damaligen Vorgesetzten gesagt, dass ich überlege, das zu machen. Die Situation war dann so, dass er es mit mir zusammen gemacht hat. Also wir haben dann zusammen eine Firma gegründet. Und ich habe dann damals dem Chef der Agentur gesagt, dass ich halt gehe und habe ihm auch gesagt, weil ich jetzt Künstler manage. Das war dann auch ein bisschen größere Diskussion, weil er wollte natürlich gerne, dass ich da bleibe. Aber der konnte mich mit nichts reizen, weil ich war 20. Und der hat dann gesagt, ja, du musst nur noch halbtags arbeiten, du kriegst doppelt so viel Gehalt. Und ich saß da, ich dachte mir so, das ist echt nicht interessant für mich, weil ich bin 19. Ich denke gar nicht an sowas. Da kannst du vielleicht jemanden, der eine Familie hat oder so, der würde sofort sagen, aber für mich war es einfach null interessant. Und dann habe ich mit meinem damaligen Vorgesetzten meine erste Firma gegründet, genau. Weil ich hatte ihn dazugenommen, weil, wie gesagt, ich war 19 und ich hatte gar keine Ahnung von gar nichts. Und ich dachte, es war noch Sinn, jemanden dazuzunehmen, der vielleicht schon mal selbstständig war, der ein bisschen älter ist. Wie alt war Rewi zu einem Zeitpunkt? Rewi ist zwei Jahre älter als ich, also der war dann so 21, ja. Das heißt, ein 21-Jähriger und ein 19-Jähriger, hey, lass mal irgendwie so Business-Management machen. Ja, also ich hatte auch gar keine Ahnung, was ich mache, aber es war mir eigentlich relativ egal. Ja, zu dem Zeitpunkt sind ja die meisten irgendwie im zweiten Semester BWL oder so. Oder wenn die halt noch um die Welt gereist sind, noch nicht mehr. Genau. Und da hast du schon Deals gemacht. Ja. Und dann hast du deinen damaligen Vorgesetzten mit in die Firma genommen. Ja. Weil du sagst, hey, das sind ganz schön viele Erwachsenen-Sachen, die wir hier klären müssen. Und ist der heute noch Teil der Firma? Nein. Wann ist der rausgegangen? Wir haben das circa ein Jahr zusammen gemacht und dann habe ich ihm meine Geschäftsanteile geschenkt oder verkauft für ein Monatsgehalt. Du hast ihm deine Anteile geschenkt für ein Monatsgehalt. Ja. Kann man schon von schenken sprechen. Ja. Und dann hattest du null Anteile. Ja. Er hatte die Firma. Ja. Das klingt so, als wäre das nicht ganz clean auseinandergegangen, wenn man sowas macht. Das hat einfach nicht so gut geklappt. Und sobald der Firmenvertrag unterschrieben war, waren Dinge anders, als man sie vorher besprochen hatte. Und ich glaube, er hat mir vielleicht auch nicht so viel zugetraut, weil ich noch so jung war. Und es war sehr viel, dass er sehr viel drüber schauen wollte. Aber ich hatte irgendwann das Gefühl, dass das in einem ungesunden Verhältnis war. Wie alt war der? 36, 37 so. Und mein damaliger Freund hat mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, Kim, das ist nicht normal. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Und bestimmt stören dich auch viele Dinge nicht, die er möchte. Aber das ist nicht so, vielleicht nicht so die beste Situation für dich. Und dann war das schon so in meinem Kopf. Und dann gab es so ein paar Situationen, weil ich habe dann immer die Ausrede für mich gehabt, ja, aber solange das Business ja funktioniert, ist ja eigentlich egal, was er von mir möchte oder wie er mit mir umgeht. Und dann kam aber die Situation, wo ich auch gemerkt habe, okay, das Business funktioniert auch nicht so ganz richtig, wie ich es gern haben würde bei den Sachen, die er macht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte raus. Und das war dann natürlich auch eine große Diskussion. Wir hatten damals eine Firma mit, wir haben 16 YouTuber zu dem Zeitpunkt schon gemanagt. Also das ging sehr schnell durch Mundpropaganda, weil wir damals auch einen Service angeboten haben, den es in der YouTube-Welt nicht gab. Was war das? YouTuber wurden damals nicht gemanagt. Also da gab es Netzwerke, die haben die irgendwie die YouTuber untereinander connected und die Branddeals reingeholt. Aber da hat keiner seine Post geöffnet oder mit dem Steuerberater geredet oder so Personal Management hat keiner gemacht. Und die YouTuber hatten dann sehr großen Bedarf, weil das waren alles Kinder, die keine Ahnung hatten. Und deswegen hatten wir sehr schnell auch die größten YouTuber Deutschlands, 16 YouTuber Management. Wir waren halt zu zweit. Und ich habe dann damals gesagt, ich gehe raus, ich möchte raus, aber ich möchte, du kannst, also ich schenke dir meine Anteile. Ich habe jetzt auch gar kein Interesse, hier irgendwas dir kaputt zu machen oder sonst was. Ich nehme auch nur Revi mit. Wow. Warum hast du da nicht mehr Geld gefordert, was ja offensichtlich möglich gewesen wäre? Also die Firma hat sehr viel Umsatz im ersten Jahr gemacht, also so siebenstellig. Aber ich wollte einfach da raus. Das war mir viel wichtiger. Und weißt du, ich war auch da, ich glaube, ich war 21. Und da denke ich, also ich dachte mir auch, das ist so egal jetzt. Also ich habe noch so viele Jahre, ich kann das alles, ich habe das ja jetzt schon mal gemacht, das kann ich auch noch mal machen. So und das war mir viel wichtiger, da so schnell wie möglich rauszukommen, als jetzt noch irgendwas zu diskutieren oder sonst was. Wie viele Anteile hattest du damals? 50 Prozent. 90 Prozent, das heißt, siebenstelliger Umsatz sind, ich sage mal, eine Mio, habt ihr umgesetzt, ihr habt quasi keine Kosten. Das heißt, habt ihr irgendwas zwischen 500 und 800K an Profit mit einem Multiple von sechs, konservativ, während das, ach mal, fast fünf Millionen Euro, die die Firma wert war, hast du dem zweieinhalb Millionen geschenkt. Ja. Ja, nice. Ja, oder? Ja. Aber es sind schon zweieinhalb Millionen, also unter zehn. Ach, die habe ich schon wieder lange drin, Ben. Ja, abgerundet. Okay, aber dann standest du da und hast sozusagen dein erstes Vermögen, was du gemacht hast, hast du verschenkt. Ja. Und dann hattest du REWI und hast da eine neue Agentur aufgemacht. Ja, und das ist die, die es auch noch heute gibt. Das ist das, was ich gerade sagen kann. Ja. Und dann war das dein erster Klient. Genau. Und die hatte damals fünfzehn? Ja, sechzehn. Sechzehn, genau. Und heute hast du so … Sieben, ja. Warum hast du nicht so, okay, ich hatte mal fünfzehn und jetzt will ich der Welt zeigen, ich kann auch dreißig haben und das ist richtig geil. Das war ein bisschen der Konflikt, den ich auch damals hatte mit meinem Geschäftspartner, weil er war so ein bisschen, ich will, dass das alles riesengroß wird und dass wir ganz viele Künstler haben, ganz viele Mitarbeiter und das war nie mein Ziel. Mein Ziel war, also am liebsten habe ich einen und werde mit dem mega groß, weil ich auch schon sehr früh oder mein Konzept von Management ist halt sehr kleinteilig und das kannst du nicht für 30 Menschen machen, also es geht gar nicht. Ich kann nicht von 30 Menschen die Post öffnen, die Buchhaltung machen, mit dem Steuerberater kommunizieren, alle Branddeals machen, alle E-Mails lesen, Social-Media-Beratung, das geht nicht. Und da lügst du dich selbst an, wenn du zu viele Klienten einfach aufnimmst. Und mir war es halt wichtig, einfach am liebsten mit einem Künstler zusammenzuarbeiten. Also damals dachte ich noch, mit einem Künstler und mit dem riesengroß zu werden, dann wird ja auch die Prozente, die du bekommst und so, das geht ja auch alles hoch. Und da war damals auch schon ein Konflikt mit meinem alten Geschäftspartner und deswegen habe ich auch gesagt, hier behalt alle 15 und ich möchte nur Revi. Gibt es die Firma noch? Und da sind nur noch 15 plus 20. Ich weiß es nicht wirklich. Wir haben nie wieder gesprochen. Krass. Ja. Jetzt, was weiß man doch, Kim? Nee, ich weiß es nicht. Das ist auch nicht so. Direkt der Wettbewerb. Ja, das ist, also die Firma ist nicht so präsent in dem Bereich, wo ich arbeite. Ich habe mich auch ein bisschen weiterentwickelt in den Musikbereich eher viel. Das bekomme ich nicht so mit, das verfolge ich nicht so nach. Also der Name, ist jetzt nicht so, dass der Name auftaucht, dass Leute mich darauf ansprechen, deswegen bekomme ich es nicht so mit. Natürlich schaut man mal irgendwann so auf die Website oder so, aber da ist jetzt auch nicht wirklich einsehbar, wie viele Künstler da sind oder was jetzt das Geschäftsmodell ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch, keine Ahnung, vielleicht ist jetzt auch eine Marketingagentur oder keine Ahnung. Das heißt, du hast dich wirklich davon gelöst, hast die Teile literally aus dem Fenster geschmissen und dein Ding gemacht. Krass. Krass, hast du das irgendwann mal bereut? Nee, gar nicht. Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens auf jeden Fall. Hattest du irgendwann mal einen Struggle im Geschäft, in deinem neuen Geschäft bei Space? Nein. Das heißt, das ist immer gut gelaufen? Ja, also es ist immer gut gelaufen, aber ich habe halt, es gab lange Zeit, wo ich mir selbst nur 500 Euro ausgezahlt habe. Und da würden jetzt manche sagen, okay, dann lief es ja nicht so gut. Aber das war, weil ich meine Prioritäten einfach anders gesetzt habe. Weil mir wichtig war, dass mein Mitarbeiter, also ich habe dann schnell einen Mitarbeiter gehabt, einen Assistenten, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Und dem wollte ich ein gutes Gehalt bezahlen und ich wollte einen Büroraum haben und dass wir gute Arbeitsmaterialien haben. und dann habe ich mir einfach 500 Euro ausgezahlt, weil es gereicht hat. Ich hätte es auch anders machen können. Das heißt, 500 Euro haben dir zum Leben für einen Monat gereicht? Ja. Das reicht dir heute nicht mehr? Das reicht mir heute nicht mehr. Ja, aber ich habe damals auch schon in einer WG gelebt, lebe bis jetzt gerade immer noch in einer WG. Und dementsprechend brauchte ich nicht so viel Geld. Du lebst in einer WG als Mensch, der eigentlich keine Menschen um sich haben will, sondern nur beobachtet? Nicht freiwillig, das ist so gekommen. Aber du bist ja... Ich habe nicht gesagt, ich gründe jetzt eine WG oder ich ziehe in der WG. Das ist so passiert. Und wie ist das passiert? Das ist so passiert. Ich habe mit meinem damaligen Partner zusammen gewohnt. Und dann kam ein, haben wir einen Künstler kennengelernt, den wir sehr interessant fanden und unsere Kreise aufnehmen wollten. Wavy Boy. Und der kommt aus Lichtenstein. Und dann hat er gesagt, hey, kann ich bei euch zwei Wochen auf dem Sofa pennen, weil ich suche eine Wohnung in Köln. Weiß ihr, wie das dann ist? Okay. Bis heute hat er ein Zimmer bei mir. Genau. Und dann waren wir erstmal mein damaliger Freund. Wavy Boy und ich in der WG. Und dann irgendwann habe ich mich von meinem Freund getrennt. Er ist dann ausgezogen. Und dann war ein Zimmer frei. Und dann hat wieder jemand anders aus unseren Kreisen eine Wohnung gesucht. Wir haben gesagt, komm rein. Und so ist dann die WG entstanden. Aus unseren Kreisen. Das heißt, ihr lebt in, ich nenne es mal Subkultur, der Streamer und die YouTuber, die Künstler, die du managst, haben ja schon, wo siehst du die Überlappung der Künstler, die du managst, im Gegensatz zu anderen Managements? Ja, ich habe eine ganz andere Philosophie. Also es ist, da müsste ich sehr weit ausholen, aber alle, ich habe die Künstler nie ausgesucht, weil ich dachte, oh, das ist ein interessanter Künstler, den ich managen will, sondern das waren meine Freunde. Also das hatte nie einen strategischen Ansatz. An dem Punkt bin ich jetzt mittlerweile, wo ich denke, okay, wen könnte man dazunehmen. Aber bis dato, das sind alles einfach meine Freunde gewesen. Die haben alle absolut eigentlich nichts miteinander künstlerisch zu tun gehabt oder auch vom Sinn, wie das aufgestellt war, außer dass wir alle untereinander befreundet waren. Also ich bin gestern so deine Künstler und dann so durchgegangen. Und ich dachte, wenn die im Fernsehen wären, wären das quasi alles so Arte-Kandidaten, wo man, wenn du halt, keine Ahnung, so durch selbst, ich habe schon lange kein Fernsehen mehr, aber so Arte war immer, es kam irgendwas so Abstruses vor Dings. Ja, ja. Das gucken jetzt Leute und Leute haben da richtig Hirnschmalz rein investiert, damit es so aussieht wie bei Arte. Ja. Ich hatte da tatsächlich nie den Arte-Zugang tatsächlich, aber das finde ich schon irgendwie außergewöhnlich. Regi ist der Normalste. Aber wenn man ihn kennt, dann vielleicht auch nicht. Das weißt du besser als nicht. Aber das sind ja tatsächlich, das sind Charakter alle. Das sind alles ultra krasse Charakter und aber vor allem auch richtige Künstler. Also du musst dir mal vorstellen, wenn wir zusammen rumlaufen. Das ist ja, ich sage immer, das ist wie der Zirkus, wenn wir zusammen rumlaufen. Ja. So, das ist, also das ist sehr interessant. Aber ja, es sind alles sehr außergewöhnliche Menschen. Ich glaube, deswegen findet man auch so zusammen, weil auch wenn ich jetzt vielleicht nicht, ne, so, ich passe optisch nicht in das Bild von, in das Schema von denen. Aber ich habe ja auch immer ein sehr abgekapseltes Leben gelebt und, weißt du, war zu Hause und habe WoW gespielt und war nicht in der Schule. Du passt super da rein. Genau. Ich verstehe jetzt, warum das so ist. Wir passen alle sehr gut zusammen. Wir haben da alle so sehr ähnliche Erfahrungen gemacht und dann kommen halt ein Haufen Außenseiter, sage ich mal, zusammen und fühlen sich sehr wohl miteinander. Würdest du irgendwie so einen Fashion-Beauty-Influencer managen oder würdest du sagen, ne, 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 ne? Also das war eigentlich noch nie ein Thema, es war wirklich Revi. Und da war auch, da war, damals war ich ja schon, damals war ich ja in der E-Sports- und Gaming-Branche, deswegen hat das irgendwie Sinn gemacht. Und dann kam Revis Ex-Freundin dazu, aber weil das halt seine Ex-Freundin war. Und dann kam, dann hat er mir drei Leute vorgestellt, Taddle, Adi und Luna, die ein Kollektiv sind, Hydra, die dann auch Musik gemacht haben. Dann hat mein damaliger Ex-Freund, der jetzt A&R in unserem Label ist, Wavy Boy gefunden. Und der war dann, kam dann zu uns, war auch in unserer Freundesgruppe. Und Beauty-Influencer, das ist, also das passt nicht so wirklich jetzt rein. Ist eine ganz andere Welt, ne? Aber wenn wir jetzt jemanden kennenlernen würden und das ist so, die beste Freundin von Wavy Boy ist jetzt Beauty-Influencerin, dann wahrscheinlich würde ich das auch at some point machen für die, so. Weil dann geht es dann doch mehr um den Menschen und dass man eine gute Verbindung hat und dass man einander helfen will, anstatt was die Person jetzt künstlerisch macht. Weil so zum Beispiel Rewi, ich gucke mir jetzt auch nicht jedes einer Videos an, ne? Und seit den sechs Jahren bin ich auch sehr aus dem Gaming rausgewachsen. Und wahrscheinlich würde Rewi mich heute fragen, würde ich sagen, das passt gar nicht. Also, aber das ist einfach, wir sind halt auch Freunde so. Krass. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. Das ist nicht schlimm, Ben. Die kommt wieder, wenn die wichtig war. Die kommt bestimmt wieder. Du hast insgesamt, ich habe es mal versucht hochzurechnen, deine Künstler, die du managst, geht an die zehn Millionen Menschen, die die quasi heute kontakten könnten. Hast du Instagram-Follower zusammengerechnet? Ja, so überschlagen. Okay, ja. Es gibt es potenziell einen Overlap, aber, oder wie viel sind es? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe so nur quer gelesen, so. Ja, ja, doch macht Sinn, ja, ja. Ungefähr, so, ob es jetzt sieben oder zwölf sind, ist ja egal. Aber dann, ich habe so überlegt, Wetten, dass, als das damals so richtig in der Prime war, hatte die meisten Einschaltquoten des Landes. Und ich meine, die hätten so zehn Millionen Leute, die das angeguckt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, deine Künstler sind so fünf, sechs, sieben, hast du gerade gesagt, haben die Reichweite von der erfolgreichsten Sendung im deutschen Fernsehen vor zehn oder zwanzig Jahren. Hast du mal überlegt, das kollektiv zu nutzen, zu sagen, wir haben jetzt hier eine Message, die wir senden wollen, nicht als Commerz-Message, sondern wir möchten die Gesellschaft verändern und so. Ja, also wir würden das nie künstlich erschaffen, aber es gab mal eine Phase, wo wir das auch gemacht haben. Und zwar war das die Phase, als die Künstler alle im Management waren und dann viele der Künstler gesagt haben, wir wollen jetzt Musik machen. Beziehungsweise die haben schon Musik gemacht, aber wir wollen jetzt Musikstrukturen. Also quasi Kim, sign uns in Label. Und ich hatte damals keine Ahnung von Label und ich dachte mir, lass das doch lieber selbst machen, weil ich nur Horrorgeschichten gehört habe. Und dann haben wir es halt selbst gemacht. Und das Label haben wir damals Cybergen genannt, weil es auch ein Kollektiv war. Und wir sind auch in dem Kollektiv auf eine Tour gegangen. Das heißt, sieben Künstler haben eine Tour zusammengespielt, jeder hatte einen kurzen Slot. Und das war schon für eine kurze Zeit so eine Bewegung und auch viel der Songtexte sind antikapitalistisch. Früher war auch noch vegan ein großes Thema und solche Dinge. Du sagst früher, das ist durch jetzt, meinst du? Ja, weißt du doch, Trends gehen vorbei. Nee, aber man entwickelt sich auch weiter. Das Pendel, man geht ja in Extreme und dann geht man wieder zurück. Das heißt, ihr habt euch aus dem Veganen rausentwickelt? Ja, viel, ja. Nicht alle, aber ja. Ja, aber ihr seid auch gleichzeitig, sagst du, antikapitalistisch, was ja ganz lustig ist. Ja. Wenn man weiß, was da so für Gelder fließen. Die Texte sind antikapitalistisch. Oder waren damals sehr, sehr, damals haben wir, glaube ich, alle sehr in einer sehr idealistischen Bubble gelebt. Wir waren alle so in unseren Anfang 20ern und man hatte sehr viele Möglichkeiten, auch was zu sagen. Und man hat auch noch nicht so viel Lebenserfahrung gemacht und dachte so, wieso machen das nicht alle so idealistisch? Wenn du jetzt ja älter wirst und Lebenserfahrung machst, dann merkst du ja, okay, macht schon Sinn, dass die Welt nicht so idealistisch ist, weil es gibt das und das und das und auf einmal, du kannst es ja gar nicht idealistisch umsetzen, wie du möchtest. Und die Erfahrung machst du ja dann irgendwann und dann schreist du es vielleicht auch nicht mehr so in die Welt raus, weil du merkst, dass es gar nicht so, wir können es gar nicht so umsetzen, wie wir wollen. Aber damals hat man noch sehr idealistisch gelebt. Unser Catering auf der Tour war auch komplett vegan, das hat der Crew zum Beispiel nicht gefallen. Aber ja, da gab es schon so einen kurzen Moment, wo eine Gruppendynamik war, wir verändern was, wir sind eine Crew und dann ist man aber am Ende des Tages, sind das auch acht Leute, die alle Anfang 20 sind und die dann auch anfangen, Konflikte zu haben und alle entwickeln sich in andere Richtungen und so. Das ist ja wie bei Boybands, das hat ja nur eine begrenzte Lebensdauer. Das heißt, du sagst, es ist das Alter der Leute, so Anfang 20 ist man idealistisch und relativ ungefestigt und man… Zumindest wir. Ja, aber viele, sagen wir mal so. Und dann ist das Schicksal von Boybands und eurem Kollektiv da ein ähnliches. Alle werden so Mitte, Ende 20, entdecken andere Lebenswege für sich und die sind nicht mehr übereinstimmend und jeder geht so in seine Richtung. Und dann ist das, ich sag mal, das Antikapitalistische geht dann so ein bisschen raus, das Idealistische und reinkommt jeder neue Lebensfahrt von denen. Ja, reinkommt, glaube ich, sehr viel so Diplomatie und Kompromisse. Weißt du, es kommt dann nicht so, dass du denkst, ah, das ist Quatsch, sondern du merkst, du wirst so neutraler. Du bist nicht mehr so extrem, sondern du gehst halt wieder so in die Mitte. Spannend. Ja. Wenn du sagst, du managst die und machst die Post auf, was heißt das konkret? Wie darf ich mir das vorstellen? Wie läuft dein Tag ab? Also ich habe ja mittlerweile in allen Spacefirmen, ich glaube, elf, zwölf Mitarbeiter. Das heißt, ich mache nicht mehr selber die Post auf, aber es gibt jemanden bei uns und das sind gerade Viktoria und Tina, die machen die Post auf. Das heißt, Künstler, wenn sie es möchten, es ist ja auch, jeder Künstler möchte was anderes. Manche möchten auch ihre Post selbst lesen, aber es gibt auch viele, die gar nichts damit zu tun haben wollen. Es gibt auch Künstler, die gar nicht auf ihr Konto gucken, die gar keinen Kontozugang haben wollen, die sondern einfach nur sagen wollen, mach, dass ich mir alles kaufen kann, aber ich will nicht wissen, was ich verdiene oder sonst was. Und so stimmst du halt bei jedem Künstler. Die sagen, mach, dass ich mir alles kaufen kann. Ja. Das ist ja auch eine ganz geile Aussage. Aber das ist ja eigentlich, du, das ist ja immer die Frage, willst du, wenn Leute sagen, die wollen reich sein, ich glaube, du willst gar nicht reich sein, du willst dir einfach alles leisten können. Und dafür musst du ja nicht irgendwie, ne, weißt du, was ich meine? Ja, aber die Frage ist halt auch, was alles ist, ne? Ja, das ist bei denen wirklich, also bei der Person, über die ich jetzt spreche, das wirklich, er fragt dann so, ich würde mir gerne ein Fahrrad kaufen, kann ich mir ein Fahrrad kaufen? Und ich gucke aufs Konto und ich denke mir, kannst du zahlreiche Fahrräder kaufen? Das Fahrrad kann auch von Ferrari sein, wenn du willst, ne? Genau. Ja. Aber dann schreibt man halt ja und nicht, du kannst dir ein Fahrrad von Ferrari kaufen, weil man da nicht implizieren will, wie viel Geld dann da ist, sondern der Person ist das einfach wichtig, dass sie die Sachen kaufen kann und dass sie sich nicht mit dem finanziellen Aspekt auseinandersetzen muss. Und das heißt, dieses Glücksgefühl, was ja viele wollen, Millionär zu sein, die Million auf dem Konto zu haben, da sagt ein Künstler oder der, ein Künstler, aber vermutlich ist er nicht der Einzige, der sowas sagt, ich will gar nicht wissen, ob ich Millionär bin oder nicht, weil das meinen Kopf abfragt und ich will Kunst machen. Ja, weil es, glaube ich, einfach Panik auslöst, weil ich glaube, wenn du nicht in diesen ganzen Themen, auch Steuerthemen und sowas drin bist, dann siehst du, oh, ich habe eine Million, heißt das jetzt, ich muss 500.000 Euro Steuern zahlen? Geht das alles weg? Was ist alles bezahlt? Was ist nicht bezahlt? Die haben ja nicht den großen Überblick. Deswegen ist es auch oft ratsam, dass die Künstler nicht drauf schauen, weil nur weil das Konto mal nur 5.000 Euro drauf ist, du weißt ja nicht, dass wir gerade Rechnungen gestellt haben im Wert von 200.000 und dass morgen wieder 200.000 drauf ist. Wenn du dir das jetzt anguckst, dann kriegst du eine Krise. Deswegen guck lieber nicht, weil wir passen schon darauf auf, dass sich das Konto füllt und dass du nur das ausgibst, was du ausgeben kannst. Spannend. Die Künstler, die du managst, woher kommen die meisten Umsätze? Ganz unterschiedlich. Kunst tatsächlich. Ja, es ist immer Kunst, aber es ist ganz unterschiedlich. Du hast Künstler, die sind sehr stark in Produkte abverkaufen, sei es ihre eigenen oder Produkte, die sie empfehlen. Und es gibt Künstler, die können das gar nicht. Also die haben einfach nicht die Community dafür. Die Community interessiert sich nicht, Sachen von denen zu kaufen oder die sie empfehlen. Und da kommt dann super viel über Ad-Einnahmen durch Streaming oder YouTube Views oder sowas. Also so Ad-Sense, also so Werbeeinnahmen. Die haben dann das größte Einkommen davon. Die anderen haben ganz wenig Werbeeinnahmen und leben von Produktabverkauf. Und dann gibt es auch Leute, die leben nur von Brand-Kampagnen, also von Werbekampagnen. Also das ist ganz unterschiedlich. Was ist der Unterschied zwischen Abverkauf und der Brand-Kampagne? Abverkauf ist, wenn du dein eigenes Produkt designst, wenn du hier deine ungeskriptet Brettchen jetzt verkaufst, tausend Stück. Was ihr nicht wusstet, es gibt da Plätze, die ungeskripte Brettchen. Ja, wenn du Geld damit machst und die Brand-Kampagne ist, wenn Vodafone sagt, wir würden jetzt gerne dein Gesicht benutzen für ein Plakat, hier hast du so und so wie tausend Euro. Okay, das heißt, Abverkauf sind eigene Produkte. Und wenn du sagst, Brand-Kampagne ist sozusagen Influencer sein für andere Brands. Da machst du Werbung entweder mit deinem Gesicht oder mit deinem Beitrag, deine Reichweite. Und dann sagst du, es gibt, die Künstler sind unterschiedlich vom Naturell oder von der Struktur her. Das heißt, die einen können das eine besser und wollen auch, jetzt immer der Kollege oder die Kollegin, die nicht auf sein Konto guckt. Und das ganze Nissenwil hat vermutlich keine eigene Brand. Doch. Okay, und dann managst du auch die ganze Brand dahinter. Ja. Okay, da müssen wir gleich zurück. Gibt es eine Faustformel für, wenn jetzt dich ein Künstler approacht? Mhm. Vermutlich hast du einen Prozentsatz, den du nimmst von deinen Künstlern? Nein. Ganz großes Thema. Damals, als Revi mich approached hat, hat er gesagt, Kim, ich gebe dir 20 Prozent von meinen Gesamteinnahmen. Und ich so, okay. Ich bin doch sehr idealistisch veranlagt und ich hätte ein Problem damit gehabt, weil Revi an dem Punkt schon eine Nummer war auf YouTube und schon Einnahmen gemacht hat. Und ich hätte mich sehr schlecht gefühlt, mich daran zu beteiligen, obwohl ich damit nichts zu tun hatte. Und habe dann gesagt, ey, ich nehme gerne Prozente von Kampagnen, die ich für dich reinhole oder zu denen du zu mir sagst, guck mal hier, wo davon hat mich angeschrieben, willst du das nicht übernehmen? Davon nehme ich Prozente. Und da habe ich meine Prozente auch erst sehr niedrig angesetzt. Ich habe sie später nach so fünf Jahren erhöht. Und zahl mir doch eine feste Summe im Monat für meine Arbeitsstunden. Und ich möchte aber nichts von deinen YouTube-Einnahmen, ich möchte nichts von deinen Twitch-Einnahmen, ich möchte nichts von deinem was auch immer, wie du dein Geld machst. Es ist ja üblich, in Amerika zum Beispiel bekommt der Manager ja Prozente am Umsatz auch noch. Und das war für mich auch immer so absurd, weil ich dachte so, okay, kann ja sein, dass der Künstler, sage ich mal, mit einem Live-Auftritt, dass er auf der Bühne aufkriegt, 7.000 Euro. Aber der DJ, den er auf der Bühne hat, kostet 500 Euro. Der Tänzer, den er da hat, kostet 500 Euro. Das Bühnenbild kostet 1.000 Euro. Da kann ich doch jetzt nicht 20 Prozent auf die 7.000 nehmen. Das fühlt sich für mich nicht richtig an, weil der Künstler hat ja nicht mal 7.000 auf dem Konto. Sondern der hat ja nur dann übrig, nach allen Kosten und Hotel und Anfahrt und sonst was, 3.000 Euro, wer bin ich denn dann, 20 Prozent auf die 7.000 zu nehmen? Also das bei mir auch, dass ich halt immer Prozente auf den Gewinn nehme, den der Künstler bekommt. Und dann nur bei Projekten, die ich selbst betreue. Und ich gebe auch jedem Künstler die Freiheit zu sagen, du kannst auch selbst eine Brand-Kampagne umsetzen. Du kannst auch ein zweites Management beauftragen. Also es gibt bei mir auch keine Exklusivität, weil ich denke, wenn Menschen mit dir arbeiten wollen, dann wollen sie das, weil sie das wollen und nicht, weil eine Klausel im Vertrag das ist. Und manchmal ist es auch ganz lustig, wenn Künstler eine Kampagne selbst machen, Revi, und was dann dabei rauskommt oder so. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Regel existiert, weil die dann doch wieder merken, okay, macht doch Sinn, dass man ein Management hat und die Kampagne nicht alleine umsetzt. Und ja, genau. Also ich nehme Prozente auf die Dinge, in denen ich aktiv involviert bin und jeder Künstler zahlt eine feste monatliche Fee. Fürs Postaufmachen, aufs Kontokuchen. Genau. Dafür, dass du grundsätzlich. Ja, genau, dass wir existieren. Wenn wir anrufen. Ja, genau, ja. Okay. Das war mir halt sehr wichtig damals, auch wirtschaftlich. Ich hatte ja kein Startkapital, ich hatte ja keinen Investor oder nichts und ich dachte einfach, es macht ja Sinn, dass ich Einnahmen habe, auf die ich mich verlassen kann. Also auch wenn Revi jetzt, Künstler sind Künstler und wenn Revi jetzt sagt, ich möchte nie wieder Kampagnen machen, ist ja sein gutes Recht, aber dann stehe ich halt blöd da. Und deswegen war mir wichtig diese monatliche Fee, damit ich halt davon all meine Kosten zahlen kann. Und so ist mein Geschäftsmodell bis heute, dass diese monatlichen Fees der Künstler alle Mitarbeiterkosten, alle Geschäftskosten abdecken und die Prozente, die ich auf Sachen nehme, die sind on top. Glaubst du, dass du mit deinem idealistischen Konzept bist, so wie andere Managements? Nein, gar nicht, das weiß ich. Also ich habe damit auch schon in der Branche sehr viel Trubel ausgelöst, weil natürlich dann Künstler sagen, guck mal, aber die macht das so und so, ich will euch nicht mehr. Künstler haben da, also YouTuber haben da damals teilweise 40 Prozent von ihrem Umsatz abgegeben. Und dann komme ich und ich sage, oh, ich nehme 15 Prozent auf Kampagnen und 1500 Euro im Monat. Das war natürlich schon auch unangenehm für die Branche in manchen Hinsichten. Und ich habe auch echt Anrufe bekommen von ganz, ganz hohen Menschen. Okay. Die gesagt haben, was hast du vor? Willst du uns zerstören oder willst du, dass wir dich kaufen? Und ich so, ich war so, da war ich so 20, 21, dachte so, das ist jetzt richtig absurd, dass dieser Mensch mich anruft. Und dass er sich überhaupt bedroht fühlt von mir, nur weil ich was mache, was ich als fair empfinde. Wie hast du darauf reagiert? Ich habe gesagt, ich will gar nichts. Ich will nicht, dass ihr mich kauft und ich will dich nicht kaputt machen, sondern ich mache einfach das, was ich denke, was richtig ist, so. Und ich habe ihm auch gesagt, wenn euer Geschäftsmodell bisher so funktioniert hat und ihr das als richtig empfindet, wird es ja auch weiter funktionieren. Da werde ich jetzt nichts dran ändern. Die haben ihr Geschäftsmodell im Nachhinein ändern müssen. Vertragslaufzeiten sind sehr kürzer geworden. Exklusivität war eine Frage. Prozente sind massiv runtergegangen bei denen. Also das hat schon ein bisschen auch die Branche verändert, Gott sei Dank. Ja, genau. Krass. Das heißt, wenn jetzt jemand das hört. Könnte es Probleme geben mit dem aktuellen Management. Wie viel Angst hast du davor, dass diese Art von Anrufen nochmal passiert? Gar keine. Also, weil mittlerweile habe ich auch so viel Erfahrung, dass ich auch den Sinn in den anderen Modellen sehe. Und ich glaube, wenn du das andere Modell fährst, kannst du das auch verargumentieren. Und dann soll der Künstler halt entscheiden, wo er hin will. Weil das ist ja mit allen Produkten so, dass einer den Vorteil und den Vorteil, dann entscheidest du dich halt, was du machen willst. Aber ich fühle mich einfach nicht wohl bei bestehenden Künstlern, die schon groß sind, mich prozentual am Gesamten zu beteiligen. Das ist was anderes bei zum Beispiel einem Künstler, den ich von null aufgebaut habe. Da haben wir alles zusammen gemacht. Da macht es Sinn, dass ich mich beteilige. Aber bei bestehenden Künstlern sehe ich das einfach nicht. Wie baut man Künstler auf? Schwierig. Ganz individuell kann man gar nicht so beantworten und passiert auch oft einfach. Also, ich glaube, da gehört super viel Glück dazu. Da gehört super viel Zufall dazu. Und am Ende des Tages muss der Künstler gute Kunst machen. Und dann kannst du versuchen, das zu platzieren. Aber dann muss es den Zeitgeist treffen, damit es platziert wird. Was meinst du mit platzieren? Naja, es gibt super viele tolle Sänger auf der Straße, Straßenmusiker. Nur weil du jetzt eine tolle Stimme hast und tolle Texte schreibst, reicht das nicht. Ich könnte jetzt aber natürlich, wenn die einen Song machen, das nehmen und an ein Magazin senden oder an ein Online-Outlet oder auch an Spotify oder sonst was und sagen, hier, guck mal, ist doch mega nice, dann muss es aber in dem Moment den Zeitgeist treffen. Weil niemand nimmt was auf, nur weil es gerade schön klingt. Sondern auch ein Spotify und auch ein Online-Medium sind ja nur daran interessiert, dass die Zuschauerzahlen und Klicks und Verweildauer auf ihren Plattformen haben. Das heißt, die nehmen ja nur Sachen auf, die gerade in den Zeitgeist passen. Aber du kannst ja, es kann ja quasi jeder auf Spotify sein Album hochladen. Ja, aber du möchtest ja auch in die Playlisten kommen, oder? So, und das heißt, du sagst, du machst, dass die Leute in die Playlisten kommen und da rufst du keine Ahnung, Johnny von Spotify. Ich mach das nicht, aber ich schlage Spotify das vor. Genau. Aber dann muss es halt in den Zeitgeist passen und es muss, das sind alles individuelle Menschen, das muss auch der Person gerade gefallen. Weißt du, was ich meine? Das sind individuelle Menschen, die bei Spotify das entscheiden. Das ist nicht irgendwie AI. Nee, also es gibt, nee, es ist ein Team, was das entscheidet. Und natürlich in der Musikbranche, ich will jetzt gar nicht über Spotify herumreiten, aber das sind alles… Das ist ja nur ein Beispiel für Streaming. Sorry, Spotify. Nee, das sind alles individuelle Menschen, die über deine Karriere entscheiden. Und deswegen sagt man ja auch, es hat alles mit Beziehungen zu tun. Wenn das mein bester Homie ist, natürlich nimmt er den in die Playlist. Ich bin nicht ein Mensch, wie wir schon gemerkt haben, der sehr auf Beziehungen aufbaut und Dings, sondern bei mir kommt es wirklich darauf an, passt das in den Zeitgeist oder nicht. Aber es sind individuelle Menschen, die darüber entscheiden. Und das ist ein großes Problem natürlich auch in der Branche, weil wenn der Typ dich nicht mag, oder wir haben auch Künstler, die waren von Festivals jahrelang geblockt, weil der Booker den irgendwie scheiße fand oder weil der Booker sich angegriffen gefühlt hat von irgendwas. Das sind Probleme. Das ist in der Musik dann immer noch so, dass einzelne Menschen das entscheiden. Und das ist ja die ganze MeToo-Debatte und so. Da fußt das ja alles einzelne Menschen. Deswegen werden ja auch manchmal Leute groß, wo du dir denkst, was ist das denn jetzt? Das kann auch nicht sein, dass der jetzt groß ist. Aber dann weißt du ja, okay, wahrscheinlich kennt er jemanden, der jemanden kennt. Und dann so passiert das halt. Oder man versteht die Kunst nicht. Das ist ja eine Option. Das ist aber auf YouTube zum Beispiel ja ganz anders und Twitch wahrscheinlich auch. Ja, Instagram ja auch. Da entscheidet ja der Algorithmus. Aber da entscheiden ja auch, also bei YouTube ist es glaube ich eine AI, die den Algorithmus macht. Bei Instagram, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht kein Halbwissen sagen, aber der Algorithmus hat ja auch bestimmte Regeln, wie du dich verhalten sollst. Und das ist ja, das wird ja von der Plattform auch vorgegeben. Also wenn du mit Instagram sprichst, die sagen, poste am besten fünfmal am Tag, damit der Algorithmus dich überhaupt platzieren kann. So und kein, also das ist, das sind so anti-künstlerische Regeln. Du kannst als Künstler nicht fünfmal am Tag Kunst posten. Weil das geht nicht. Du kannst ja nicht jeden Tag fünf, weißt du was ich meine? Du kannst das eh gar nicht. Das geht nicht. Verstehe ich. Das heißt aber, das ist sozusagen auf der Musikseite ist es ein People's Business und auf der Social Media slash YouTube Seite ist es ein, wie gut verstehe ich den Algorithmus. Und wie sehr beuge ich mich auch dem Algorithmus und wie sehr finde ich auch Kompromisse mit meiner eigenen Kunst, um mich dem Algorithmus anzupassen. Und dann kommen halt viele Dinge zusammen. Jetzt zum Beispiel Wavy Boy, weil es ja ein komplettes Aufbauthema ist von 0 auf 100. Wavy Boy ist jemand, der sehr gerne Social Media mag und dem das sehr liegt, der sehr noch jung ist, der versteht alle Trends, der hat da recht Bock drauf, der ist Part dieser Online-Community und der würde sowieso fünfmal am Tag posten. Auch wenn das nicht der Algorithmus wäre, weil das einfach sein Ding ist. Und jetzt passt das halt aber gerade gut in die Zeit, weil Instagram auch braucht, dass du fünfmal am Tag postest. Plus er macht eine Musik, die gerade in der Musikbranche auch Anklang findet. Es kommt auch wieder so viele Rock-Einflüsse kommen zurück. Und das finden dann auf der Musikseite auch die Leute cool. Und das heißt, da habe ich gar nicht so viel aufgebaut. Weißt du, was ich meine? Sondern es passt, es ist Zufall und es passt gerade in den Zeitgeist einfach. Ich muss gerade an wen denken, den wir beide kennen. Ja. Es ist so rar, muss ich sagen. Weil die Position ja sehr ähnlich ist, zu sagen, pass auf, ich gucke, wie ein Künstler ist. Was ist das Naturelle und das Temperament des Künstlers? Worauf passt das? Und wenn dann Wavy Boy gerne fünfmal am Tag postet, aus seinem Naturell heraus, dann passt das halt auf dem Instagram oder vielleicht dem TikTok. ist aber vielleicht nicht ein Spotify-Ding, weil das neue Ding ist wie der People's Business. Spannend. Da müssen mehrere Dinge zusammenkommen. Und deswegen ist es halt für, es ist total schwer als Künstler. Du kannst einen Künstler nicht groß machen. Also natürlich mit People's Business kannst du das. Wenn du jetzt den und den kennst, dann kannst du das schon forcen. Aber das hat dann meistens nicht so eine lange Dauer. Ich glaube, als Manager oder irgendwie als Team von einem Künstler ist es auch sehr viel, den Künstler bei Laune zu halten, bei mentaler Gesundheit zu halten. Wie hält man jemanden bei mentaler Gesundheit? Therapie? Nee, also sehr viele Gespräche, sehr, 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 sehr oft dieselben Gespräche, sehr oft Realitätsabgleich, einfach wirklich sehr viel sprechen. Was heißt Realitätsabgleich? Naja, also ich habe gestern mit meiner Assistentin darüber gesprochen. Künstler bemessen sich ja immer an dem höchsten Punkt ihrer Karriere. Also das war der höchste Punkt. Und alles, was danach da drunter ist, suggeriert er dem Künstler, jetzt falle ich ab, jetzt ist die Karriere vorbei, jetzt geht es gerade bergab. Und das ist ein sehr schweres Konstrukt, dich immer an deinem höchsten Punkt zu messen und nicht zu realisieren, dass wie alles im Leben auch deine Karriere in Wellen geht. Das ist ja bei allem, das ist ja in unserem Privatleben, in unserem finanziellen Leben, alles geht in Wellen, mal hoch, mal runter, das ist ja ganz normal. Die Sonne geht auf und unter, der Beflut, das ist ja in der Natur so. Aber Künstler bemessen sich tendenziell, oder alle Künstler, die ich kenne, nur an ihrem höchsten Punkt. Und das ist sehr toxisch, weil du kannst nicht jeden Tag deinen höchsten Punkt erreichen. Und wir leben in einem Zeitalter, wo Social Media dich auch sehr darauf trimmt, wie zum Beispiel ein TikTok. Mit jedem TikTok, vielleicht machst du eine ähnliche Erfahrung, versuchst du ja so auszurichten, dass es viral geht. Und jedes Mal, wenn es dann nicht viral geht, was sehr oft passiert, bist du enttäuscht und bemisst dich immer an dem höchsten TikTok, was du hattest. Und das ist einfach eine sehr toxische Struktur. Und da musst du jemanden jeden Tag beruhigen eigentlich und sagen, deine Karriere ist nicht vorbei, keine Sorge. Und das ist viel diese Unterhaltungen eigentlich. Vielleicht sind wir in manchen Karrieren dann vorbei. Ja, vielleicht. Aber wie unterscheidest du, ob du jemandem falschen Mut zusprichst oder vielleicht auch die Realisierung, dass eine Karriere vorbei ist? Oder für den höchsten Künstler direkt? Also ich entscheide das immer, ich merke das, das ist ein Gefühl. Also du hast manche Leute, manche Künstler, das ist zum Beispiel ein Calvin Cole, das ist ein Wavy Boy, die kommen in die Tür rein und du merkst, das sind Stars. Die haben eine Aura um dich, du weißt, das sind Stars. Und da kann auf der Welt keine Ahnung was passieren. Das ist wie Soran sagt, das ist vorgegeben. Und du kannst die zehn Prozent daran schrauben und ändern, aber das wird nichts ändern an dem Outcome, weil das sind Stars. Und die müssen nur mal im richtigen Moment in den richtigen Raum kommen und den und den treffen oder das und das und dann explodiert das. Und das ist einfach klar für mich, das merke ich einfach. Also und dann gibt es Leute, die, das ist ja auch ein bisschen der Unterschied zwischen Künstlern, zum Beispiel Rewi ist für mich kein Künstler, sondern Entertainer. Das hat auch nicht weniger Wert, sondern das ist einfach eine andere Kategorie. Und das ist ja natürlich was anderes. Entertainment ist etwas, auch was du so planen kannst und was du mehr beeinflussen kannst. Und da ist es mehr strategischer. Und Künstler ist ja sehr, ist ja sehr intim und sehr emotional und sehr, das kannst du gar nicht so planen. Und wir haben ja in Deutschland auch, 80 Prozent der Spotify-Charts sind Entertainer und keine Künstler. Aber die Welt wird immer Künstler brauchen. Die hat auch schon immer Künstler gebraucht. Deswegen müssen sich Künstler eigentlich gar nicht so viele Sorgen machen, außer ob sie in ein Zeitgeist passen. Und das siehst du ja, merkst du ja. Wo ist der exakte Unterschied zwischen einem Künstler und einem Entertainer? Ein Entertainer unterhält und ein Künstler ist jemand für mich oder auch in der Vergangenheit sind Künstler für mich Leute, die die aktuelle Situation der Welt in Kunst verarbeiten und konservieren für die Nachwelt. Also wenn ich mir Songs von, keine Ahnung, von Mauerfall in der Zeit der Mauerfall anhöre, dann höre ich das aus den Songs raus, dass diese Situation gerade da war. Oder wenn du Kunst konsumierst, auch Bilder aus verschiedenen Zeitaltern, du merkst, was gerade in der Welt los war. Und das ist für mich auch so ein bisschen die Aufgabe der Künstler, das aufzufangen und das zu konservieren. Und Entertainer das komplett unabhängig vom, was gerade in der Welt passiert. Meistens ist es sogar noch der Gegensatz. Du willst gar nicht, wenn du dich ablenken willst, willst du ja nicht das, was gerade in der Welt ist, gespiegelt bekommen. Quasi Schlager, ne? Wir sind hier dicht im Flieger. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen. Sind für dich so, ich sage mal, Beauty-Fashion-Influencer, so dass wenn man jemand auf der Straße fragt, was ist ein Influencer, dann denkt der vermutlich Fashion-Beauty. Sind das auch Entertainer oder ist das eine separate Kategorie für dich? Fallen schon in den Bereich des Entertainer. Vielleicht ist da aber auch so ein bisschen Education dabei, weil Leute suchen diese Leute auch auf, um Rat, um wie schminke ich mich, wie mache ich das, was benutzt du. Also da ist noch dieser Aspekt von, du bist anscheinend Experte oder Profi in irgendwas und ich möchte von dir was lernen. Also der Aspekt ist da ja noch bei. Aber viele Beauty-Influencer entwickeln oder machen auch viel Unterhaltungskontent. Auf jeden Fall. Aber es ist auch noch diese Komponente von ich bringe dir was bei, ich empfehle dir was, ich weiß was, ich kann was. Spannend. Gibt es eine Faustformel? Tausend Abonnenten sind x wert oder eine Million Abonnenten? Nein, absolut gar nicht. Und jeder, der das so verkauft, lügt auch. Jeder, der dir das so verkauft, lügt. Der das Firmen so verkauft, lügt. Weil ich habe Künstler, die machen YouTube-Views im vierstelligen Bereich. Und verkaufen Produkte im sechsstelligen Bereich. Warte mal, wir müssen kurz impfen. Tausend Views wäre vierstellig. Ja, zum Beispiel. Und verkaufen für hunderttausend Euro Produkte. Ja, mehr. Aber ja. So, also so jetzt mal in Relation. Das heißt, dass jeder, der das YouTube-Video mit tausend Views sieht, für tausend Euro ein Produkt kauft. Ja, auch. Oder auch, dass die Käuferschaft über die Zuschauerschaft hinausgeht. Das verstehe ich nicht. Dass nicht nur Leute das kaufen, die Fans sind und die das YouTube-Video geguckt haben, sondern dass auch Leute das Produkt einfach kaufen, weil sie das Produkt gut finden und weil sie das Produkt irgendwo anders gesehen haben und gar nicht wissen, dass sie gerade da ein Produkt von einem Influencer oder sonst was kaufen. Ah, okay, gut. Aber dann würde man, dann würde der dir, ich sag mal, die hunderttausend Euro potenziell, die macht der nicht mit dem YouTube-Video, sondern tatsächlich mit dem Produktverkauf und das YouTube-Video hat halt einen Anteil an dem Produktverkauf, aber nicht hundert Prozent. Aber deswegen kannst du halt den Wert eines Influencers nicht an den Views oder an den Follow anmessen. Weil, wie gesagt, Leute mit ganz wenig, und das ist ja auch das, was ein bisschen das Ziel ist, vor allem als Musikkünstler, aber auch natürlich als YouTuber oder Influencer, am liebsten hast du nur 5000 Fans, aber die kaufen alle. Es gibt sehr wenig Musikkünstler, die in Deutschland 5000 Tickets für eine Show verkaufen. Sehr wenige. Und du brauchst dafür aber nur 5000 Leute, weißt du, was ich meine? Und wenn der jetzt 5000 Follower hat und die kaufen alle Tickets, bist du einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland, obwohl du nur 5000 Follower hast. Und das ist eigentlich dein Ziel, vor allem in der Konsumgesellschaft, wo wir leben, dass du einfach 5000 echte Fans hast. Weil es gibt sehr wenige Künstler in Deutschland, die 5000 Merchteile verkaufen, die 5000 Tickets verkaufen. Du brauchst nur 5000. Oder ich sage immer, am besten hast du 10.000, aber mehr brauchst du eigentlich nicht. Und deswegen, du kannst das nicht an den Zahlen von außen bemessen. Das heißt, du sagst, es ist besser, eine kleine Anzahl von echten Fans zu haben, die auf dein Konzert fahren, die dein Merch kaufen, die sozusagen das Tattoo sich von deinem Namen stechen lassen, anstelle eine Million, die das ganz cool finden oder dich vielleicht auch doof finden und dich abonnieren, weil sie dich haten sozusagen. Ja, es kommt so ein bisschen auf dein Ziel an oder was dir wichtig ist, weil ich habe auch Künstler, denen ist einfach wichtig, dass so viele Menschen wie möglich ihre Message hören. Und die sind dann natürlich gar nicht begeistert von, ich brauche nur 5000, 10.000, weil denen ist nicht wichtig, wie viele Konzerttickets verkaufe ich oder wie viele Merchteile verkaufe ich, sondern denen ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich diesen Song hören, weil sie ihre eigene Message als so wichtig empfinden, dass sie die halt maximal verbreiten möchten. Gibt es da einen Unterschied zwischen den Song hören und den Song verstehen? Ich glaube, ja, es ist schwierig, weil bei Kunst ist es immer, glaube ich, Interpretationssache. Du wirst den Song nie verstehen. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Weißt du, was ich meine? Ganz oft, weil, wenn du auch irgendwann, ich will nicht in die Illusion der Menschen nehmen, aber wenn du irgendwann bei Songwriting-Prozessen dabei bist, merkst du auch, das ist jetzt auch gar nicht ein Autobiograf, ich dachte so lange, alle Songs sind autobiografisch, oder der Künstler hat das erlebt, oder so, aber der kreiert auch manchmal einfach nur ausgedachte Storys oder hat das von seinem besten Freund gehört oder der findet, die Wörter klingen gut zusammen. So, das heißt, es gibt manchmal auch gar nichts zu verstehen. Ach, krass. Spannend. Spannend. Das wirkt alles noch nach, ja, die Künstlerwelt. Hast du selbst mal überlegt? Also, von der ersten Hälfte des Podcasts weißt du ja, ich mag es nicht angesehen zu werden. Ich wäre gerne unsichtbar. Aber zu Hause zu sitzen und sich selbst zu filmen, also hier ist immer so klassisches Game-Streaming, das ist ja was anderes als über eine Party gehen. Ja, habe ich einmal ganz kurz gemacht, weil ich einfach, also bevor ich auch irgendwie Management gemacht habe, habe ich mal so für meine Freunde gestreamt und das geht schon eher. Ich vertrete zum Beispiel auch einen Künstler, der nicht gern angesehen, der mag nicht gern angesehen werden, auch ganz interessant und der macht dann auch super viel Live-Streaming und Videos und sowas. Das kann man schon machen, aber das ist für mich einfach gar nicht interessant. Ich habe auch nichts, was ich eigentlich nach außen tragen will oder was ich, also das ist nicht meine Rolle so auf dieser Welt. Sondern deine Rolle ist, Künstlern zu helfen, ihre Message oder ihr Potenzial zu realisieren und groß zu werden und das in die Welt zu tragen. Genau. Denen die Möglichkeit zu geben, sich auf ihre Kernkunst zu fokussieren und nicht mit dem Steuerberater sich rumzuagern. Aber ich glaube, das, was du ansprichst, ist ein sehr großes Manager-Phänomen. Ich würde sagen, 90 Prozent der Manager sind gescheiterte Künstler und wollen irgendwie noch, weißt du, Teil der Grundsatzung. Den Fame sozusagen, darf ich mit auf die Bühne kommen? Das ist ganz schrecklich, weil du darfst, du musst als Manager das kleinste Ego der Welt haben. Und wenn du aber Künstler bist, hast du tendenziell ein sehr großes Ego, zu Recht. Und wenn du dann mit Managern interagierst, die eigentlich mal Künstler waren oder die Künstler sein wollten, dann sind das Manager mit sehr großem Ego und das ist eine Katastrophe. Du kannst kein großes Ego als Manager haben. Warum nicht? Naja, weil du immer alles schuld bist. Immer. Und wenn du dich jetzt immer angegriffen fühlst, also das funktioniert nicht. Du bist ja als Manager, machst du deinen Job ja am besten, wenn die Künstler von nichts irgendwas mitbekommen. Du ziehst ja die Fäden zwischen allen Parteien. Eigentlich machst du ja selbst gar nicht so richtig als Kernkompetenz, sondern du sprichst ja mit den ganzen Leuten, die die Kernkompetenz haben und koordinierst das ja. Das heißt, wenn was schief läuft, bist du das eigentlich in der Realität als Manager gar nicht schuld, weil der Steuerberater hat was verkackt. Also was kann ich jetzt da machen, was er in seinen Büchern macht? Da habe ich keine Kontrolle drüber. Aber für den Künstler bist du immer schuld. Und du musst halt das immer, du musst die Verantwortung übernehmen, wollen, können und das runterschlucken können. Und du kannst dich ja selbst dann damit beruhigen, dass du weißt, okay, also das war jetzt nicht mein Fehler. Aber wenn du dich von allem angegriffen fühlst, das funktioniert nicht. Verstehe ich. Und du musst dich dem Künstler immer unterordnen, weil es geht immer nach den Künstlerwünschen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn du ein großes Ego hast und du sehr dominant bist als Manager, dass es in der Brandverhandlung gut ist, wenn du sagst, wir sind dir der geilste Künstler, ich habe hier den. Ja, das kann ich aber auch ohne großes Ego. Ich bin sehr gut darin, dritte Interessen zu vertreten. Weil das ist ja dann nicht mein Ego, sondern ich sage, der Künstler ist der beste Künstler in diesem Land. Das hat ja dann nichts mit meinem Ego zu tun. Ich sage ja dann nicht, wir sind geil, das ist ja der Unterschied, wie du gerade sagst, sondern ich sage, der ist geil. Ist es nicht so, dass viele Künstler sich auch dadurch, dass die immer sehr, sehr exponiert sind, sich danach sehnen, geführt zu werden? Ja, und das ist ein großes Problem. Weil auf einmal macht der Manager die Karriere und nicht mehr der Künstler und dann hast du aber ein Problem von, also ab irgendeinem Punkt geht das nicht mehr auf. Weil du kannst nicht als Manager die Karriere von einem anderen Künstler steuern. Weißt du, was ich meine? Also der Künstler muss, er weiß ja, das kommt ja aus ihm heraus. Und wenn du das anfängst, ihm wegzunehmen und selber sagst, wir machen jetzt das oder mach mal den Song oder das, 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 dann geht die Kunst verloren. Und das geht auf lange Sicht nicht gut, also für den Künstler auch nicht, weil er auf einmal in eine Situation kommt, wo er nur noch folgt und sich auch nicht mehr ausdrückt. Und Künstler müssen sich ja ausdrücken können. Ja, spannend. Das heißt, es gibt so richtig, ich sag mal, die Kategorie Management. Es gibt Genres. Die, die, in dem Moment, wo du dominant bist, ein starkes Ego hast, ziehst du potenziell Leute an, die sich genau nach diesem Halt suchen. Genau, die auch denken, dass sie das brauchen. Und das funktioniert meistens auch kurzfristig sehr gut. Ja. Und langfristig gar nicht. Und dann hast du aber noch die zweite Conflicting Interest. Wenn du als Manager siehst, der Künstler ist irgendwie am absteigenden Ast, dann verkaufst du noch mal alle Tickets, die du kannst und ziehst den vor die Kamera. Da gibt es sehr viele Konflikte, ja. Also das hast du sehr gut jetzt abstrahiert. Das ist halt auch, wenn der Künstler, und wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass eine Karriere auch wellenförmig verläuft. Und wenn du so ein großes Ego hast und auch deinen Selbstwert an die Karriere des Künstlers bindest, hast du ja das nächste Problem. Das heißt, jedes Mal, wenn der Künstler abfällt, denkst du auch, du als Manager fällst ab und verknüpfst dich damit. Und dann kommst du wahrscheinlich auf nicht so gute Ideen. Ja, oder droppst den und suchst dir halt den nächsten. Ja, aber meistens kommst du auf nicht so gute Ideen und versuchst Sachen künstlich hochzuhalten oder fängst an, manipulative Sachen zu machen oder Sachen, die man nicht machen sollte. Wie zum Beispiel? Zahlen manipulieren. Was für Zahlen? Follower-Zahlen, Streaming-Zahlen. Um dem Künstler die Illusion zu geben oder den Leuten? Ich kenne sehr viele Fälle, wo der Künstler nicht weiß, dass die Zahlen manipuliert sind oder das selbst nicht glaubt, aber das sehr klar ist und dass dafür auch Beweise gibt und sonst was. Und ich glaube, der Manager macht das einfach, um sein Gesicht zu wahren, um von außen immer noch ist der Künstler und die Karriere toll. Das heißt, theoretisch könnte man einen Fake-Künstler schaffen, indem man… Wir haben Fake-Künstler. Okay. Wir haben in Deutschland Künstler, die sehr, sehr hohe Streaming-Zahlen haben und keine 300 Tickets verkaufen können. Das heißt, es gibt die Menschen gar nicht, die denen vermeintlich zugucken. Wer ist das zum Beispiel? Kann ich dir leider nicht sagen. Wir machen gleich, wenn die Kamera ausklingt. Ja. Das ist ja verrückt. Und das ist auch ein sehr großes Problem und deswegen habe ich ein sehr großes Problem mit Menschen, die das machen in unserer Branche, weil wie soll mein Künstler, der nicht dopt, gewinnen, ein Renngewinn gegen jemanden, der dopt. Und du veränderst die Branche halt auch nachhaltig und zwingst fast die anderen Künstler auch dazu, auch alle die Zahlen zu manipulieren, weil dann sind wir erst wieder auf demselben Level, wo wir uns messen können. Wenn einer manipuliert und der andere nicht, wie soll der denn nicht manipuliert überhaupt irgendwie eine Chance haben bei irgendwas? Und die Künstler sehen aber nur, der hat viel größere Zahlen und versteht vielleicht gar nicht, was dahinter steht oder glaubt auch gar nicht, was dahinter steht und vergleicht sich mit etwas. Das ist so ein bisschen die Debatte, wenn Frauen sich mit Instagram-Models vergleichen. Du vergleichst dich mit etwas, was nicht real ist und dann bekommst du Depressionen über etwas, was nicht real ist. Und das finde ich sehr schwierig, dass eigentlich der rationale Part in der Künstlerszene, die Manager oder die Teams, die dahinter stehen, dafür verantwortlich sind, die ganzen Künstler in so eine Depression reinzureiten. Ich stelle mir gerade vor, du bist Künstler, bist Musiker und machst halt so ein Konzert, wie ihr das gemacht habt mit mehreren Künstlern und dann gibt es halt den einen Fake-Künstler, sozusagen, der gar keine echten Fans hat und der geht ja auf die Bühne und das ist allen egal und dann erlebt er, wie das ist, wenn ein richtiger Künstler auf die Bühne geht. Aber weißt du, was auch passiert in Deutschland? Deutschland ist sehr die Kultur in Deutschland ist so, du findest das cool, was die anderen cool finden. Also du findest, du findest, ja, ja, du findest sehr, zum Beispiel in Deutschland sind auch immer erst Sachen cool, die in Amerika, also die werden immer erst cool, wenn die in Amerika cool sind. Also Deutschland ist eine Kultur auf jeden Fall in der Branche, die sehr darauf basiert, du findest das erst cool, wenn Approval von anderen kommen. Und was oft passiert ist bis jetzt, ist, dass Künstlerzahlen manipuliert wurden und dann aber echte Fans dazukamen, weil sie die großen Zahlen gesehen haben. Und deswegen ist es ganz oft so, dass Künstler nur am Anfang manipuliert werden, damit sie auf Charts 1 gehen und dann sieht jeder, ah, die sind Charts 1 und auf einmal kommt die echte Community dazu. Und deswegen ist es ja auch so ein Konflikt, wo auch viele Künstler sagen, sollen wir das nicht auch machen, weil eigentlich ist es ja nicht so schlimm, weil du machst es ja nur am Anfang und dann hast du ja echte Fans und dann ist doch egal, oder ist doch nur ein Marketing-Tool. Was sagst du dazu? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber ist nicht diese, also am Ende des Tages ist ja so eine Exposure-Frage. Du hast halt 100 Künstler und wenn alle Deutschen morgen gezwungen werden, diesen Song zu hören, von jedem von denen. Dann sind auch Leute dabei, die das mögen halt. Genau, sind safe Leute dabei, die das mögen. Und diese Exposure zu bekommen, also keine Ahnung, selbst wenn ich mit einer Gitarre was singen würde, wenn das 80 Millionen Leute singen, hören, dann fänden das wahrscheinlich den tausend Leute irgendwie geil. Surprise, surprise. Aber macht es da nicht Sinn, sich diese Initial Exposure dann doch zu kaufen? Nicht, wenn du da, also wir haben ja auch Werbung, du kannst dir ja auch Werbung kaufen, das ist ja das Äquivalent dazu, das ist nur deutlich teurer. Und diese andere Manipulation, ist es nicht wert, dafür die Branche zu zerstören? Weißt du, was ich meine? Was hast du für eine Verantwortung der Branche gegenüber? Ich habe einfach eine Verantwortung der Welt gegenüber, also das ist halt der Idealismus, der da noch übrig geblieben ist aus den Anfang 20ern auf jeden Fall. Dieses, natürlich könnte ich das manipulieren, natürlich könnten wir alle viel mehr Geld machen, das ist das, das ist das, aber das ist doch nicht der Sinn der Sache. Vor allem nicht in der Branche, wo es um Kunst geht. Wir sind ja jetzt hier keine Hedgefonds oder sonst was, sondern es geht ja um Kunst. Es geht ja um was Echtes, so um was Emotionales, um was für Menschen wichtig ist. und Künstler sind ja keine ausgebildeten, es ist ja keine Paid Actor, die sind ja wirklich Künstler und du machst die damit psychisch fertig, wenn du so eine Struktur schaffst, wo die sich vergleichen mit etwas, was nicht real ist. Das ist auch kein Witz, ich finde das auch, also da sind sich Menschen einfach ihrer Verantwortung nicht bewusst, was sie den Künstlern damit antun in der Branche. Amen. Amen. Das schicken wir so in die Welt raus. Ich lure gerade mal, wie man auf Kölsch sagt, glaube ich, auf die Uhr, ich habe keine Ahnung, wir sind da auch schon wieder gut anderthalb Stunden plus am Start. Ja, ja, ja. Es fühlt sich an, als haben wir gerade das angefangen zu machen. Ja, ich habe, es schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Du hast vorhin gerade gesagt, also das eine Herz sagt, wir haben einen guten Talk gehabt, man soll gehen, wenn es am schönsten ist, aber das andere sagt, du hast so im Nebensatz gedroppt die anderen Space-Firmen. Ach so, ja. Und ich glaube, das würde ich schon noch gern machen. Ja, wir haben ja schon die zweite gecovert, das hat ja mit dem Management angefangen und dann haben wir das Musiklabel gegründet. Und die dritte ist einfach dazu gekommen, Space Products, weil Künstler auf einmal Produkte machen wollten und nicht nur den Merch-Schnitt von so und so, vom Großhändler einkaufen, sondern die wollten Klamotten designen, die wollten Brands aufbauen, die wollten auch andere Produkte als Klamotten machen. Und da kann man sich natürlich wieder in der, vor allem in der Künstlerbranche, leben wir in einem Middleman-Business. Alle machen immer Geld, weil sie nur der Mittelmann sind, weil sie vermitteln. Natürlich können wir jetzt wieder zum Middleman gehen und sagen, ey, wir wollen gerne Klamotten machen, kannst du uns das organisieren? Und der nimmt sich wieder seine Provision dafür, dass er uns nur vermittelt oder wir machen es halt einfach selbst. Und das war dann wieder der Punkt, wo ich gesagt habe, komm, lass uns das einfach selbst machen. Und wir kommunizieren halt mit den Produktionsfirmen in den verschiedenen Ländern halt direkt und entwickeln mit denen die Produkte. Das heißt, eure Künstler können sagen, ich möchte gerne ein Label gründen und keine Ahnung, wo du dich erst mal machen. Ja, du kannst natürlich eine Brand gründen, aber du kannst ja auch Brettchen verkaufen, jetzt ohne eine Brand zu gründen. Du kannst ja auch einfach unter Ben machen. Genau, als, das wäre dann Merch, ne? Merch ist sozusagen, der Künstlernamen steht auf dem T-Shirt und… Genau, ja, ja, ja. Aber du könntest ja jetzt auch ein Brettchen designen mit einem anderen Design, das auch unter Ben verkaufen. Also man muss ja nicht für alles eine Marke gründen. Muss ja keine Marke draufstehen. Kann ja auch einfach ein pinkes Brettchen mit einem Print drauf sein und da steht kein Brandname drauf. Geht ja auch. Aber machen die meisten ja nicht, weil die wollen ja ihren Namen verkaufen. Ja, das ist schon meistens, ja. Ja. Okay, das heißt, die Künstler sagen, ey, ich will jetzt mal ein Brettchen haben und T-Shirt und was auch immer. Ja. Und dann sagst du oder deine Mitarbeiter, wie viele Leute hast du da drin oder machst du das allein? Wir sind zu dritt bei Products. Bei Products. Mhm. Und die gehen auf alle möglichen Produzenten zu, holen sich Samples. Genau, ja, wir fragen halt erstmal, wie soll es aussehen? Hast du eine Skizze? Hast du was zum Vergleich? Und dann bekommen wir irgendwie, oft ist es auch so, ich finde den Schnitt von dem T-Shirt cool, aber die Ärmel sollten länger sein oder das sollte unten länger sein. Den Stoff finde ich cool. Das ist so ein Frankensteingerüst aus verschiedenen Impressionen, die man von anderen Produkten hat. Und dann versuchen wir, also es gibt verschiedene Wege, oft arbeiten wir auch mit einer Schneiderin zusammen, zu der wir dann fahren und die dann einmal ein fertiges Produkt schneidert für uns und das senden wir dann zur Produktion und sagen, bitte genauso kopieren. Das ist tendenziell der einfachste Weg, weil du dann nicht so viele Sample-Runden hast, weil sonst senden die das zurück und auch das passt, aber das nicht. Okay, das heißt, dann hast du jetzt sozusagen zwei, drei hypothetische Künstler-Brands oder Merch. Ja. Und was passiert dann? Dann kriegt ihr die Ware, verschickt ihr die auch? Habt ihr die Shops dafür? Wir arbeiten damit mit einem Partner zusammen. Fulfillment nennt man das. Also die nehmen die Ware an, die versenden das. Du kennst das ja. Entschuldige. Genau, das sind auch Freunde von mir, jahrelange Freunde, die diese Fulfillment-Firma haben und mit denen arbeiten wir zusammen. Genau, dann gibt es einen Online-Shop und dann wird das online gestellt und verkauft und versendet. Und den Shop betreibt auch ihr oder wer betreibt den Shop? Ja. Das heißt, ihr produziert nicht nur, sondern ihr baut quasi die ganze Marke mit GmbH. Also bis jetzt ist keine Brand eine GmbH, es war GbR oder es läuft wirklich auf das Einzelunternehmen einfach. Auf welches das Einzelunternehmen? Des Künstlers. Des Künstlers. Ja. Du musst ja nicht eine Firmierung unbedingt haben, um eine Brand zu haben. Ja. Ja, das ist immer. Ich denke jetzt, wenn man das verkaufen will, dann geht es nicht. Ja, aber das ist meistens nicht der Approach, weil ein Künstler kann selten seine Brand verkaufen ohne mit sich selbst. Also weißt du, was ich meine? Das ist ja nichts wert ohne den Künstler. Ja, wenn es nur... Außer es ist eine sehr... Genau. Aber meistens ist ja auch, wenn ein Künstler eine Brand entwickelt, wird die ja auch meistens groß durch seinen Namen. Also es gibt... Natürlich gibt es Fälle, wo die Brand sehr, sehr abstrahiert ist vom Künstler, aber selten. Das heißt, die Künstler wollen eigentlich Sachen, die denen selbst gefallen und wo der... Genau. Also es ist immer der Approach bei den Künstlern, mit denen ich zusammenarbeite. Sie wollen eigentlich zum Beispiel ein Kleidungsstück, was sie nicht finden und deswegen sagen die, lass uns das mal selbst produzieren. Das ist ganz oft der Approach. Also auch nicht so aus Marketinggründen, sondern es ist ganz oft, ich hätte gern diese Kleidung und die gibt es nicht, deswegen können wir die bitte selbst machen. Ja. Geil. Und da nehmt ihr auch wieder einen Prozentsatz vom Profit? An dem Gewinn. Am Gewinn? Am Gewinn. Das heißt, nach Produktionskosten, nach Fulfillmentkosten, nach Marketingkosten, was übrig bleibt, davon nehmen wir Prozente. Wie viel? 20. 20 Prozent? Das ist... Was ist, wenn das nicht profitabel ist? Ja, es ist... 20 Prozent von 0 Euro sind 0 Euro. Ja. Krass. Ja. Das heißt, was passiert aber jetzt, wenn ein Künstler sagt, ich will, keine Ahnung, ein pink getupftes Nachtgewand haben und du denkst, ja okay, außer dir halt niemand und du musst aber tausend Stück abnehmen. Ist eigentlich nicht so schlimm, weil, also ich nehme es ja nicht ab, der Künstler produziert das auf seine Kosten beziehungsweise meistens müssen wir die Produktion erst, hast du ja eine Zahlungsfrist von 30 Tagen und wir versuchen es in den 30 Tagen zu verkaufen. Das heißt, im Idealfall muss keiner die Ware abnehmen wenn sie da bleibt, dann geht das auf die Künstlerkosten, also es übernimmt nicht Products. Ist bis jetzt aber eigentlich auch noch nicht passiert, dass jemand groß auf was sitzen geblieben ist. Aber selbst wenn ich halt das Gefühl habe, Projekte sind Nullnummern, dann ist es meistens kein Problem, weil erstens geht es mir auch darum, die Kunst nach draußen zu bringen. Also ich finde es schön, Produkte zu entwickeln, die umzusetzen, die an anderen Menschen zu sehen. Zum Beispiel gestern ist ja dieser Junge an uns vorbeigelaufen, der auf einmal ein Hoodie von uns anhatte. Und dann ist das meistens kein Problem, weil ich mit diesen Künstlern auch im Management zusammenarbeite oder im Label. Und dann denke ich mir, gut, also wir machen ja auch Geld an anderen Stellen, ist es nicht schlimm, wenn wir an dieser Stelle jetzt nicht so das große Geld machen. Wo ist die Space-Gruppe, um das mal so zu nennen, in fünf oder in zehn Jahren? Was ist dein Ziel? Was willst du machen? Ich sage immer, ich will, ich hoffe, ich wachse nicht mehr. Das sage ich immer. Das habe ich nur bei zwei Mitarbeitern gesagt, jetzt sind wir irgendwie bei zwölf. Ich möchte einfach mit den Künstlern eigentlich wachsen und nicht, dass mehr dazukommen. Das wäre eigentlich schön einfach, dass wirklich, dass die Künstler, dass die Projekte wachsen, die Künstler, aber jetzt nicht wir groß dafür, sondern dass wir das immer noch so machen können. Weil gerade sind wir eine coole Truppe. Wir sind, ich glaube, zwölf Leute, elf Mädels, ein junger Herr. Und das macht echt Spaß. Und ich will gar nicht, dass das so viel größer wird, dass es irgendwann nicht mehr so persönlich sein kann und nicht mehr so viel Spaß macht und so. Das wäre schon schön, wenn es einfach so weiterläuft. Wenn alles bleibt, wie es ist. Ja. Fährst du dann ins Büro jeden Tag in fünf Jahren, wenn es optimal läuft oder chillst du zu Hause? Ich bin gerne im Büro. Ja, ich bin sehr gerne im Büro. Ich bin Gott sei Dank an einer Position, wo ich exekutiv nicht mehr so super viel machen muss, sondern hauptsächlich delegieren und ich gucke über Dinge drüber oder bei sehr großen Projekten. Verhandel ich das? Also wenn es um sehr große Summen geht oder um. Was sind sehr große Summen? Ja, also im mittleren sechsstelligen Bereich oder sowas. Also das sind schon Projekte dann, über die ich selbst drüber schaue. Also alles ab sechs Stellen gucke ich mir eigentlich an, verhandel ich und alles darunter macht halt das Team. Aber ich muss nicht mehr so viel ausführen, aber ich bin dann da, gucke über alles drüber und das beansprucht auch viel Zeit und ist eigentlich auch gut, dann da vor Ort zu sein. Und ich bin einfach gerne mit den Mädels zusammen. Wie viele sechsstellige Projekte macht ihr so? Wie oft kommt das vor? Schon einige. Ja, also das meiste ist fünfstellig, also im mittleren fünfstelligen Bereich, aber es gibt, jedes fünfte Projekt ist sechsstellig. Für was? Brandkampagnen zum Beispiel oder Produktverkäufe, also Gewinne von Produktverkäufen. Verkäufen, die sind eigentlich fast immer, also sehr, sehr oft im sechsstelligen Bereich. Das ist schon verrückt, was da gedreht wird, ne? Ja, total. Vor allem auch ohne, dass wir da jetzt alle wirtschaftlichen Schrauben richtig stellen, sondern wir machen es einfach so, ja, wir wollen so ein bisschen das an den Mann bringen und die Kunst rausbringen. Wir haben da jetzt so einen sehr künstlerischen Approach wirklich und gar nicht so einen wirtschaftlichen und das läuft halt super. Alle können super davon leben und da muss man auch gar nicht vielleicht diese unangenehme wirtschaftliche Ebene so da reinbringen. Die unangenehme wirtschaftliche Ebene. Ja, ist halt geil, wenn du mit einer hohen Marge verkaufst, dann ist halt, musst du dir die ganze Exelsaum nicht geben. Und trotzdem, dass die Produkte sehr gut produziert sind unter sehr guten Konditionen. Unsere Marge ist natürlich nicht so groß wie bei H&M oder bei sonst was im Vergleich, aber wenn du halt auch jetzt nicht ein Riesenteam hast und du musst den Gewinn nur durch vier Leute teilen, dann ist das ja, dann bleibt das. Und du hast halt keine Marketingkosten. Ja. Du hast halt das Marketing schon fertig. Und es ist ja alles online. Ja, du bist direkt am Kunden. Kein Zeichen, das könnte ganz geil sein. Wir arbeiten noch öfter mit Vorverkaufssystemen. Das ist natürlich dann noch krasser, weil du dann wirklich nur das produzierst, was die Leute haben wollen. Plus, alle bekommen auch wirklich, was die was wollen. Und nicht, du bestellst so und zu viele Teile und die sind nach zwei Sekunden ausverkauft und dann denkst du, ich weiß gar nicht, wie viel die eigentlich wollten. Dann machst du einen Vorverkauf und das ist dann auch schön nachhaltig, weil du dann keinen Müll produzierst. Was machst du dann mit Retouren? Die gehen wieder sofort weg. Also Retouren, die zurückkommen, die stellst du wieder online, die sind sofort ausverkauft. Nice. Ja. Kim, du machst schon viele Sachen sehr richtig, habe ich so das Gefühl. Dankeschön. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Nee, ich bin sehr viel losgeworden, schon in dem Podcast. Findest du? Ja. Also ich finde, du hast super viel gesagt, aber ich glaube, es ist einfach noch super viel, sozusagen, was in dir schlummert, was du in dieses Mikrofon reinladen könntest. Ja. Müssen wir vielleicht eine zweite Folge machen. Vielleicht machen wir eine zweite Folge. Vielleicht zusammen mit Soran. Oh, sehr gerne. Von der Gruppen-Diskussion. Liebe Kim, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.